Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked-Magazin.de. Wir reden heute unter anderem über Crunch bei CD Projekt Red, Nintendos Direct zu Super Mario Maker 2 und unsere Eindrücke von Spielen wie A Plague Tale Innocence, Shakedown Hawaii und Rage 2. Das alles und mehr jetzt bei Folge 221 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM und nicht nur euch, sondern auch den David. Hi David. Hallo, ich bin extra heute vorbeigekommen, weil ich mich über das neue Intro beschweren möchte. Sonst habe ich nichts zu sagen. Finde aber auch, das ist auch okay, aber ich will es zurück. Und dann macht's gut, viel Spaß euch mit der Folge heute. Dankeschön, David. Danke für das Feedback an den Fan. Schönen Urlaub. Wir laden jetzt jede Woche einen neuen Fan ein in unserem Podcast, damit ihr kurz Feedback geben könnt. Das ist ja ein geiles Feature, wenn ihr jede Woche jemand Neues da habt, der sich immer da ist. Hallo, mein Name ist Thomas Gottschalk. Genau, das wollte ich auch sagen. So sieht du Thomas Gottschalk. Okay. Ja, ihr meint das Intro, das generell universell gut angekommen ist bei uns? Aber ich meine, es kam jetzt nicht so schlimm an, wie ich gedacht hätte. Ich hätte eigentlich gedacht, wenn man sowas Altes ändert, dann brennt Berlin. Aber es war ein paar Leute, die es nicht mochten. Es war ein paar Leute, die es mochten. Wir hatten jetzt auch rund um die Death of Pikachu Video oder so ein paar Dinger, wo Leute meinten, wie heißt das eigentlich? Ich glaube, das wäre bei jedem Intro passiert. Bei jedem. Ich weiß, ich kann euch übrigens den Namen nicht sagen, weil das ist halt irgend so ein Audio-Library-Ding. Das ist lizenziert, das können wir euch nicht so schicken. Da können wir nicht sagen, hier, geht mal dahin und hört es euch an. Nee, aber ihr könnt euch in der Audio-Library das anhören und dann habt ihr die ganze Zeit jemanden dazwischen, der den Namen der Audio-Library sagt. Ich finde es mutig, dass ihr das nach all der Zeit gemacht habt, weil solche Veränderungen ja nie gut ankommen. Es ist ein bisschen so, wie jahrelang Giga im Fernsehen ausstrahlen und dann plötzlich glauben, es sei eine gute Idee, eine Internetseite damit zu machen. Ja, es war uns ein Bedürfnis und wir freuen uns nach wie vor darüber. Gut, wir... Der Trick an der Sache ist wie immer, dass dir die Community egal sein muss. Ja. Dass du einen Scheiß drauf geben musst, was die Fans oder die Leute, die dich mögen, da sind wir besonders gut drin. Darin bin ich auch richtig gut. Das haben wir auch bei Giga gelernt. Das ist mein Erfolg. Hat mir mein Mentor, das war das Erste, was David damals so sagte. Egal, was der Chef oder die Fans sagen, immer das Gegenteil hat. Whiteboard, Community, unser Fans. Wir beginnen mit den News der letzten Woche, angefangen mit einer Nintendo Direct, die stattfand zu Super Mario Maker 2, bei dem so gefühlt alles drinsteckt, was man sich hätte wünschen können für einen Nachfolger von diesem Spiel. Ich habe mir diese Direct angeschaut und war wirklich erstaunt, wie viele Features sie da reinklemmen. Sie machen einen Story-Modus mit über 100 von Nintendo kreierten Levels. Was also auch heißt, dass das abseits von diesen New Super Mario Spielen das erste klassische 2D Mario ist von Nintendo, weil einfach ein komplettes Spiel drinsteckt. Ja. Das ist abgesehen von den 2D Mario Spielen das erste 2D Mario Spiel? Die New Super Mario Bros. Reihe hat ja nochmal ein bisschen was anderes gemacht als die klassischen Super Mario Bros. 3 oder Super Mario World. Ich finde, die haben nochmal eine andere Identität, auch von den Level Features und Level Design her. Deswegen freut es mich. Außerdem ist mir der Stil der Klassiker deutlich lieber als der von den New Super Mario Bros. Grafisch auf jeden Fall. Es wird Co-op-Creation geben, dass man also auch zu zweit Sachen basteln kann, auch wenn sie da nicht so sehr ins Detail gegangen sind. Sie haben das im Wesentlichen nur einmal kurz gezeigt. Wahrscheinlich wird man ja hier mit dem Pointer über Infrarot oder was das ist im Joy-Con die Sachen auch basteln können, neben Analog-Stick-Steuerung und dem Stylus, den es geben soll. Und da wird man einfach zwei Joy-Cons benutzen, nehme ich mal ganz stark. Ja, das ist so. Man kann halt auch nichts anderes. Man kann keinen Pro-Controller und nichts im Zwei-Spieler-Modus benutzen. Und es ist auch nur lokal. Es sind typische Nintendo-Einschränkungen, die es da gibt. So diverse kleinere Sachen wie jetzt so On-Off-Schalter oder dass es Snake-Blocks geben wird oder dass man Nachtlevel machen kann oder dass man unter Wasserlevel nur zur Hälfte des, also quasi die Hälfte des Levels mit Wasser füllen kann. Dass es jetzt Wüste geben wird und sowas. Also ganz viele Features, die eben noch fehlten im ersten Super Mario Maker sind jetzt hier drin. Genauso wie es ja jetzt diese 3D-World-Sachen gibt mit den Rohren, die noch dazukommen, die es in 3D-World gab. Und jetzt halt auf der 2D-Ebene, wo sie da funktionieren. Und Custom-Avatare, wenn man im Mehrspieler-Modus unterwegs ist. Also alles Mögliche, was sie da so reinstopfen am 8. Juni, soll das rauskommen, hat sich bei mir tatsächlich sehr weit nach oben katapultiert an die Most Wanted. Aber hast du davon überrascht? Ich hatte da nichts zu überraschen. Also ich freue mich ja sehr auf das Spiel. Wobei der erste Trailer ja nur gezeigt hat, dass man jetzt auch runterrutschen kann. Das stimmt, das war das eine. Das war das eine Feature, was sie gezeigt hat. Also ich fand halt, dass es so Schlag auf Schlag, hier was Neues, hier was Neues, hier was Neues. Und das sind alles so Sachen, wo halt bei mir zumindest automatisch die Möglichkeiten exponentiell ansteigen, wie du ein Level gestalten kannst. Das stimmt, ja. Das stimmt allerdings, war es ja wieder so eine Direct, wo halt jedes eins, also wenn du halt in einem Spiel Sprinten laufen und dann in unterschiedlichen, wenn du den Analogstick in bestimmten Maßen nach vorn drückst, unterschiedliche Geschwindigkeiten laufen könntest, dann wäre das alles ein eigenes Featurepunkt gewesen in dieser Direct-Form. Was ich sagen will, wenn halt LittleBigPlanet eine Direct in dieser Form gemacht hätte, dann hätte es sieben Stunden gedauert. Wenn man jedes einzelne Feature, und von Dreams rede ich gar nicht. Deswegen, ich glaube nicht, dass das jetzt so außergewöhnlich oder, also ich fand's jetzt nicht so beeindruckend, sondern ich dachte mir, ja, das ergibt alles hin, das sind ganz viele neue Bastelarbeiten. Gerade so was wie im Story-Modus mit 100 von Nintendo-kreierten Levels hätte ich halt nicht mitgerechnet. Ja, ich schon, weil ich da auch teilweise denke, LittleBigPlanet, Dreams und so, Kampagnen bin ich da eigentlich gewohnt. Mario Maker 1 war ja relativ dünn und hat da halt diesen Kern, der super hervorragend war. Deswegen für mich ist das eine sehr konsequente Fortsetzung, die genau das macht, was sie machen muss. Konsequentes auf jeden Fall, ja. Aber deswegen freue ich mich auch drüber. Ich habe nichts dazu zu sagen, ich habe den ersten nicht gespielt. Und da ich ja so einer bin, der nicht selber probiert, ich gucke mir hinterher lieber diese ganzen YouTube-Videos an, weil die ich mega faszinierend finde mit den Leuten, die die schwersten Levels aller Zeiten machen. Und dann gibt es eine Person, die es schafft. Ich glaube, ich habe dieses eine Video von dem Typen, der selbst das schwerste Level baute und dann irgendwann Ewigkeiten brauchte, um das selbst zu schaffen. Also sehr, sehr krass. Und da gucke ich immer gerne drüber. Was ich da sehr empfehlen möchte, neben unseren Mario Maker Videos, die natürlich auch gerade sehr unterhaltsam sind, wie alle Videos, die es bei Hooked-Magazin.de gibt, Pädchen.com, können ja nichts davon. Die möchte ich gerne da empfehlen. Patrick Klepeck, mittlerweile von Waypoint Vice Games und Dan Reichert von Giant Bomb. Die hatten, das sind amerikanische Journalisten, wo Dan Reichert immer mit dem Giant Bomb Community und anderen Giant Bomb Leuten die krassesten, diabolischsten Level gebaut hat. Und dann im Livestream mit den Hinweisen der Community. War ein sehr ziemlich cooles Ding. Und dann hat Patrick Klepeck die in seinen Streams immer lösen müssen. Und die waren halt spezifisch darauf ausgelegt, Patrick Klepeck aufzuregen. Für eine Person gebaut. Wirklich, die wurden wirklich nur für eine Person gebaut. Und das sind sehr, sehr lustige Videos. Okay, sehr schön. Ja, da gibt es tatsächlich ganz viel von bei Mario Maker. Deswegen ist das ja auch so beliebt geworden. Was ja keiner hat ja damit gerechnet. Ich baue normalerweise auch nicht in so einem Kram. Also ich habe in Legend of the Planet oder so nie in irgendeiner Art und Weise. Stimmt, bei Mario Maker hast du aber, genau. Bei Mario Maker, das war so intuitiv und einfach. Und ich musste mich gar nicht einlernen, sondern alles, du hast gelernt, in dem du gebaut hast. Das hat sehr viel Freude bereitet, ja. Wir kommen zu Microsoft und Sony, die überraschend eine Partnerschaft angekündigt haben, was Cloud-Technologie angeht. Und zwar wird es zukünftig zum Beispiel so sein, dass ein paar der PlayStation-Online-Services auf Microsoft-Plattformen stattfinden. Unter anderem das PlayStation Network, was bisher auf Amazon-Technologie läuft. Da wollen sie jetzt halt wechseln auf Microsoft. Und jetzt gab es nochmal einen Update zu dieser Nummer, nämlich einen Bloomberg-Artikel, wo die geschrieben haben, dass die PlayStation-Abteilung von Sony davon nichts wusste. Also die wurden davon überrascht, dass das überhaupt passiert. Und die haben ja nun mal die ganze Zeit diesen schonen Konkurrenzkampf mit Microsoft am Laufen. Und ja, sie sagen schon intern, gehen wohl Mails rum, dass so gesagt wird, ja, an der Entwicklung von der nächsten PlayStation und so wird sich da nichts ändern. Das ist so ein Zukunftsding, was sie da gemacht haben. Und du hast ganz viele Analysten auch sagen, die einen, die sagen, das ist gut für Sony auf kurze Sicht. Die anderen sagen, ja, auf lange Sicht könnte sie das in den Arsch beißen. Sie machen halt schon seit Jahren, versuchen sie ihre eigenen Cloud-Technologien zu machen mit PlayStation Now. Und früher noch Gaikai und sowas. Hat alles nicht so richtig geklappt und jetzt partnern sie einfach mit Microsoft. Wobei, das dann ja unsere unterschiedliche Sachen sein müssten, wenn sie vorher mit Amazon zusammengearbeitet haben. Weil die PlayStation-Sachen haben ja nichts mit Amazon zu tun. Nein, das PlayStation Network wurde gehostet auf Amazon-Technologie, aber nicht PlayStation Now. Genau, aber wurde das nicht als Beispiel dafür angeregt, dass das sich jetzt ändert und das dann auf der Microsoft-Technologie basiert? Das PlayStation Network. Genau, weil das hat dann ja nichts mit PlayStation Now zu tun, das wollte ich nur versuchen zu sagen. Nicht zwingend, aber die Cloud-Technologie, so wie es zumindest dort geschrieben war, klingt so, als ob es in alle Bereiche gehen soll. Okay, okay. Und eben so ein Zukunftsding, weil halt auch Google jetzt mit Stadia und so richtig loslegt in diese Richtung. Es gibt ja auch so Marktanalysen, wo gesagt wird, dass selbst in fünf Jahren oder so in drei Jahren Streaming nur zwei Prozent des Marktes ausmacht. Ja. Und deswegen ist das eher so ein bisschen Zukunftsmusik. Mal gucken. Fand ich nur interessant, dass man so eine Partnerschaft zwischen Microsoft und Sony jetzt plötzlich hat, von der PlayStation nichts wusste, während man noch im letzten Jahr ganz viel geredet hat über Fortnite und wie PlayStation sich gegen Crossplay wehrt und sowas. Und jetzt hast du so eine Story. Genau, das wirkte halt auch auf mich wie etwas, was halt so sehr im Hintergrund ist und so diese Technologie, die hinter der Technologie liegt, so wie ja jede Website gefühlt von Amazon Web Services auch gehostet wird, so ganz weit zurück, wenn du ein paar Schritte zurückgehst. Ich hatte immer das Gefühl, dass das so eher auf diese Ebene geht und dieser Report aus PlayStation davon gar nichts weiß, scheint das zumindest zu bestätigen. Ich finde das absurd, dass das geht. Ja, finde ich. Sony ist halt eine gigantische Firma. Ich bin ja der Meinung, also je mehr die zusammenarbeiten, ohne zu einer Firma zu werden, desto besser. Das ist sehr wichtig, dass wir die Konkurrenz haben und dass sie sich gegenseitig über versuchen zu überbieten und mit Preisen zu unterbieten. Aber wenn man gleichzeitig diese Zusammenarbeit hat in Form von vielleicht sogar Crossplay irgendwann größtend, also industrieumfassend, dann wäre das hervorragend. Ja, gerade für eben die ganzen Third-Party-Multiplayer-Sachen oder sowas. Ja. Okay, lass uns mal direkt weitermachen mit dem Epic Game Store. Der hatte nämlich in der letzten Woche seinen ersten Mega-Sale, bei dem es ganz viele krasse Rabatte gab. Entschuldigung, das war der Epic Mega-Sale. Tom, bitte reichst dich zusammen. Was habe ich denn gesagt? Mega-Sale. Ach so, man muss das Epic dazu sagen. Ja, ich habe den Anwalt, der Epic-Anwalt schießt mir gleich in den Kopf von mir. Wir haben tatsächlich Anwälte als Nachbarn. Das stimmt, ja. Zum einen gab es da prozentuale Rabatte, die von den Publishern und Entwicklern ausgehen. Zum anderen aber auch einen 10-Euro- bzw. Dollar-Rabatt auf alle Spiele, die mehr als 15 Dollar oder Euro kosten. Und dieser Rabatt wiederum, diese 10 Euro, gehen auf Kosten von Epic. Das heißt, das wird nicht abgezogen von dem, was die Entwickler bekommen, sondern von dem, was Epic bekommt. Das Ding ist, dass dieser 10-Euro-Rabatt automatisch auf alles angewandt wird, was eben diese 15-Euro-Marke überschritt. Und nicht alle Entwickler wussten davon Bescheid, was dann dazu geführt hat, dass diverse Entwickler, also drei, habe ich jetzt rausgefunden, ihre Spiele teilweise runtergenommen haben, kurzzeitig vom Store. Nämlich einmal Clay, die haben ihr Oxygen Not Included runtergenommen. Paradox haben das noch nicht erschienene Vampire, The Masquerade Bloodlines. Nee, wie heißt das komplett? Vampire, The Masquerade Bloodlines 2, oder? Ja. Ich glaube schon. Das haben sie runtergenommen. Und Gearbox haben jetzt zuletzt auch Borderlands 3 runtergenommen. Keine dieser Firmen hat geschrieben, genau warum, sondern nur, ja, ist danach wieder da. Ja, und der Grund wird halt einfach sein, dass sie ihre Spiele nicht entwerten wollen, teilweise, bevor sie rauskommen. Das Seltsame ist aber halt im Falle von, also alles, was Rani Pitchford macht, ist ja sowieso so ein großes Fragezeichen für die Reste der Menschheit. Aber er hat das ja vorher noch beworben. Also er war die einzige Firma, die es dann zurückgenommen haben, der vorher gesagt hat, hier ist jetzt der Store und da gibt's was für so und so viel Dollar. Krass, sehr beeindruckend. Und ich hab grad noch mal kurz was nachgeguckt, weil ich hatte jetzt die gestern oder vorgestern noch mal geguckt und da ist mir aufgefallen, dass mir die Sales alle gar nicht mehr angezeigt werden. Also diese 10 Dollar zusätzlichen. Ja, ja, mir auch nicht. Genau. Ich war gestern auch einmal im Store, wenn du dann raufgehst aufs Spiel, dann wird's ja angezeigt, dass du nicht mehr in der Übersicht. Also vorher war's dann so, dass du auf die Website gegangen bist und da wurde dir zum Beispiel John Wick Hex angezeigt. Und John Wick Hex ist das kommende John Wick Spiel von dem Macher von Volume, von Tom Bithel. Mike Bithel. Mike Bithel. Der, was normalerweise 16 Euro kostet, dass es dafür irgendwie 4,99 Euro oder 5 Euro gab oder so. Und das wurde sofort angezeigt. Und jetzt steht da halt wieder 15,19 Euro, du musst erst ins Checkout gehen und dann wird's angezeigt. Also vielleicht haben sie sich darauf geeinigt, wenn man es nicht sieht, dass wir es devalueen, dann haben ein paar Entwickler gesagt, das ist doch okay. Weil grundsätzlich ist das ja ein super Ding, also für den Konsumenten. Dass Epic da sagt, hey, wir haben übrigens 38 Milliarden Dollar und eure ersten Geborenen mit Fortnite eingenommen. Deswegen werfen wir jetzt diese Fufis einfach mal in den Club und geben deswegen diese 10 Euro Rabatte, einfach weil wir es können und weil wir Steam diesen Markt wegreißen möchten. Und dass du dann halt noch nicht releasete Spiele für 6 Euro bestellen kannst, ist halt ein bisschen crazy. Oder halt noch nicht releasete hochwertige, hochwertige Wegdenken, AAA-Titel wie Borderlands 3 für irgendwie 49 oder so. Also das ist schon, oder 9.30 war es vielleicht, ich war mir nicht so sicher, das ist schon sehr beeindruckend. Aber wie sich dann gleichzeitig auch verkackt zu haben scheinen, dass die Publisher dann nicht so richtig wussten, was da passiert. Und dass ja Hades kurzzeitig, die wurden wohl zu viel Rabatt, sodass Hades irgendwie auch noch 4, 5 Euro gekostet hat, was ja auch noch im Early Access ist. Und dann haben sie den Gesamtpreis irgendwie von 19 oder von 14 auf 24 Euro erhöht, sodass dann der Rabattpreis auf 14 Euro war. Ja, aber es gibt europäische Gesetze, wonach du nicht während eines Sales deinen Gesamtpreis einfach erhöhen kannst, sodass quasi du nicht sagen kannst, es ist 90% günstiger, obwohl es eigentlich nur 40% ist, weil du einfach den Gesamtpreis direkt davor erhöht hast. Also dann haben die es wieder rückgängig gemacht und jetzt sieht man es aber gar nicht mehr, sondern es ist ein unglaubliches Chaos. Und das muss einfach mal, also Epic müsste es ein bisschen besser wissen eigentlich. Ja, wobei es ist halt ihr erster Versuch mit so einem Verkaufsding und ich kann mir schon gut vorstellen, dass es nicht möglich war, eine Rundmail an CC an alle Publisher, die sie da haben. Aber so viele sind es ja nicht. Die haben irgendwie 20 Spiele oder so. Ach so, so viele mehr sind es? Nee, nee. Ah, okay. Ja, das ist ein bisschen eigenartig, dass sie, sie haben sich bestimmt vorher gedacht, oh, das ist geil, wir machen hier diesen krassen Sale und diese 10 Dollar beziehungsweise Euro von jedem Spiel, was über 15 kostet, ist halt wirklich eine harte Nummer, weil eben manchmal Spiele, wie du sagst, dabei waren, die dann nur noch 4 oder 5 Euro kosten. Dann den Leuten nicht Bescheid zu sagen. Das glaube ich halt nicht. Ich glaube, es wurde Bescheid gesagt. Es gibt diese eine Aussage von Paradox, die meinten, sie wussten nicht Bescheid genau, wie das alles funktioniert. Genau, aber Epic hat dazu selbst gesagt, dass es da Misskommunikation irgendeine Artenpreise gab. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und es gibt ja noch die Sache, also es geht ja noch eine Ebene tiefer. Zum einen gibt es im Epic Games Store immer noch keinen Warenkorb. Das heißt, die Leute müssen sich jedes Spiel einzeln holen, dass sie sich im Epic Sale jetzt hier holen wollen. Und es gab Berichte von Leuten, die, wenn sie irgendwie viele Spiele hintereinander gekauft haben, weil du musst sie ja hintereinander kaufen, du kannst ja nicht alle auf einmal kaufen, dann die Fraud Detection angesprungen ist von dem Store und die gesagt haben, ey, du bist bestimmt ein Betrüger. Wurde ein Account gesperrt. Das ist alles so ein bisschen, ja, my first, my first Game Sale. Ich verstehe das auch ehrlich gesagt gar nicht, warum sie sich nach diesem Mega-Ding nach Fortnite gedacht haben, so das Geld haben wir jetzt, das nutzen wir jetzt, um mehr Geld zu machen. Naja, gut, klar. Das sind die Entwickler, wie eben Mike Bethel, wie auch die Entwickler von Ashen und die Leute in der Satisfactory, die das wirklich beworben haben, diesen Sale, die wirklich gesagt haben, hey, guck mal hier, die bei Satisfactory haben sogar ein Gag draus gemacht und haben gesagt, hey, cool, dann wird vielleicht unser zehntes Spiel dort verkauft, weil es eben so ein Running Gag ist, dass man auf Epic nichts verkauft, was ja nicht stimmt. Ach so. Ja, aber ich möchte ganz einfach auch so hier erwähnen, Ashen für 20 Euro, Leute, kauft euch das. Es sind gute Deals dabei. Das kostet eigentlich 40 und ist noch relativ neun. Aber ich kann auch die Perspektive verstehen, wo dann Leute sagen, ja, das entwertet halt vor allem Spiele, die noch nicht mal draußen sind. Weil wenn die jetzt schon günstiger sind, dann werden sie halt, wenn sie dann draußen sind für den Vollpreis, als zu teuer empfunden von vielen Leuten und die Psychologie dahinter ergibt schon teilweise durchaus Sinn. Gerade sowas wie Hades, was halt jetzt noch im Access ist. Und dann tun die sich keinen Gefallen mit diesem ganzen Preis hoch und runter. Das ist, ja, das ist. Habt ihr das schon ein bisschen counted? Hades? Ich hab's auch schon. Da haben wir uns zum Launch dann mal direkt gekauft. Ich hab's aber wirklich nur dann in der Nacht einmal gespielt und dann dachte ich mir, Spaß. Ich hab's auch dann auch noch ein bisschen gespielt. Das macht Spaß. Aber es ist halt dieses Roguelike-Nummer, es wird dann wieder random generiert, wenn du von vorn anfängst. Da warte ich auch erst mal ab, bis es fertig ist. Okay, wir machen weiter. Direkt mit CD Projekt Red, wo wir gerade schon mal GOG erwähnt haben. Denn es gab jetzt einen Artikel bei Kotaku, mal wieder Jason Schreier hatte die Leute von CD Projekt Red im Interview. Und zwar auf deren Anfrage. Nämlich der, verzeiht bitte die Aussprache dieser Namen, Martin Iwinski und Adam Badowski. Das ist zum einen der Chef von CD Projekt Red und zum anderen der Director von Cyberpunk 2077. Die sind tatsächlich auf Schreier selbst zugekommen, weil sie eben diese ganze Nummer hier beobachtet haben mit der Diskussion rund um Crunch bei der Videospielentwicklung. Da gab's ja erst zuletzt Artikel wie zum Beispiel den von Anthem, wo ganz groß aufgeschlüsselt wurde, wie chaotisch und ungeleitet die Entwicklung hinter diesem großen Spiel war und wie es dann dazu kam, dass es am Ende so wurde, wie es halt war. Doch CD Projekt Red war immer wieder ein Thema. Genau, schon vor Jahren eigentlich bei The Witcher waren sie unter anderem bekannt dafür, dass es da eben übelsten Crunch gegeben haben soll. Und ja, jetzt wollen sie eben Bereitschaft zeigen, an diesem Thema so ein bisschen zu arbeiten. Schreier hat geschrieben, dass er nach dem Anthem-Artikel direkt auch Anfragen von Leuten bei CD Projekt Red bekommen hat, die gesagt haben, man müsste nur den Titel des Spiels auswechseln und das wäre die Beschreibung für Cyberpunk. Was natürlich sehr tragisch ist. Er hat aber auch zum Beispiel eine Quelle dabei gehabt, die meinte, dass es deutlich besser sei als jetzt zuletzt bei The Witcher. Also es ist da auch nicht einheitlich, was das angeht. Es gibt auch so Sachen wie, dass ein paar seiner Quellen gesagt haben, dass jetzt gerade zumindest in dem Jahr für 2019 an polnischen Feiertagen gearbeitet werden soll und nur zu bestimmten Zeiten sollen sich die Leute Urlaub nehmen, was dann auch die beiden, der Studio Head und der Director bestätigten, weil das eine Sache ist, die sie ausprobieren wollen für das Handhaben von Urlaub und gucken dann mal, ob das funktioniert oder nicht. Finde ich aber auch irgendwie interessant. Er schreibt noch, dass die Entwicklung an Cyberpunk eigentlich ursprünglich erst 2015 wirklich gestartet wurde, also als The Witcher fertig war. Und auch da gibt es aber Storys von Problemen mit neuer Technologie, von Visionen, die sich so ein bisschen geändert haben. Und erst dieser Gameplay-Trailer, den wir auf der E3 letztes Jahr, glaube ich, gesehen haben, der kristallisierte so ein bisschen, was final daraus werden soll. Achso, und du meinst dir diesen 40-Minuten-Trailer? Der wurde auf der E3 und auf der Gamescom Behind the Scenes gezeigt und kam dann im Oktober oder so. Stimmt, wir haben den öffentlich erst später gesehen. Habt ihr mittlerweile jetzt schon Playing Hard gesehen, die Ubisoft-Doku? Ich habe den gesehen, ja, ich noch nicht. Da fand ich es sehr, sehr interessant zu sehen, dass das so ein Mechanismus zu sein scheint, weil sie da auch sagen, es ist eine Doku, in der es darum geht, um die Entwicklung von For Honor. Und da fand ich es spannend, dass die auch keine Vision hatten, beziehungsweise sie hatten, dieser eine Typ kam mit einer Vision dann rein, aber es war nicht so richtig klar, kriegen wir das hin bis zur E3? Und auf der E3 hatten sie es dann gerade so hinbekommen, was zusammenzuschustern. Und da sagten sie dann auch so, das Feedback der Leute, das zeigt dann, oh, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Alle sind begeistert. Und das Erschreckendste daran fand ich, dass sie zeigen dann den Jubel der Leute und das Feedback der Presse. Und das Erste, was dann hinter den Kulissen passiert, ist die Leute, die gerade schon anstoßen und sagen, ja, geil, coole Präsentation. Und dann hält der Director eine Rede und sagt so, ja, Leute, jetzt wird es dann richtig schlimm. Denn Ubisoft hat am nächsten Tag schon ein Release-Datum bekannt gegeben. Also bevor, das Spiel war noch nicht annähernd fertig. Die hatten da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 30 Prozent oder so. Und dann gab es dann schon das Release-Datum. Hier gibt es ja gar nichts. Deswegen finde ich das so skurril, dass die jetzt schon gefühlt in die Crunch-Phase gehen. Also sie haben natürlich einen Release-Datum für sich, daran wird es halt liegen. Wahrscheinlich, ja. Oder ich meine, sie haben ja keinen Publisher, oder? Sie sind ja ihr eigener Publisher. Was, glaube ich, dich aber noch mehr dazu motiviert, so schnell wie eben nicht zu verschieben, damit du nicht noch mehr Millionen Dollar da reinsteckst. Ich dachte halt immer, dass die durch Good Old Games so viel Kohle noch machen. Aber ja, klar, wenn The Witcher der einzige Revenue-Stream ist, dann ... Ja, Thronebreaker war wohl im letzten Jahr ein bisschen hinter den Erwartungen hinterher. Und es gab Gerüchte über Geldprobleme, die sie haben sollen. Aber das haben die beiden hier in dem Interview mit Schreier auch direkt negiert und gesagt, nee, sie haben monetäre Vorräte. Ein Warchest haben sie es selbst bezeichnet. Ich bin diesem ganzen Artikel sehr hin- und hergerissen, bin ich da. Weil auf der einen Seite finde ich es natürlich sehr gut, dass Führungspersonen einer so großen und wichtigen und einflussreichen Firma selbst eben dieses Gespräch suchen und nicht irgendwie so verschämt in Interviews nicht über Crunch reden wollen. Auf der anderen Seite ist dieses gesamte Artikel ein Artikel voll Plattitüden, ohne Versprechungen, ohne konkrete Maßnahmen oder Angaben. Du hast immer wieder Jason Schreier, der fragt, was macht ihr da, was macht ihr da? Ja, die Antwort ist immer, ja doch, wir haben da schon den Crunch. Und ja, den wird es auch noch geben. Aber wir wollen halt zeigen, dass wir trotzdem gerne menschliche Verhältnisse haben wollen. Okay, aber gibt es dann keinen Crunch? Ja, doch, es gibt Crunch. Und können die Leute Urlaub nehmen? Nee, können sie nicht. Aber wir wollen menschlich sein. Sie sagen sogar nach wie vor, dass es notwendig sei, Crunch für derlei Projekte und die Qualität. Da gibt es so Firmen wie Insomniac, die es besser bewiesen haben. Und sie sagen halt dieses ganz Klassische, unser Crunch ist nicht obligatorisch, der sei freiwillig, man soll sich auch Urlaubszeit nehmen können. Und da sagen sie halt, sie gehen in die Öffentlichkeit, um auch ihren eigenen Entwicklern zu signalisieren, hey, es ist okay, wenn ihr zu uns kommt und sagt irgendwie, dass man da erst ein Presseinterview führen muss, ist ein bisschen komisch. Also stell dir vor, wir arbeiten bei irgendeiner, also Giga ist zehnmal größer und jeder arbeitet dort das Wochenende durch. Jeder Einzelne arbeitet dort das Wochenende durch. Und du selbst fühlst dich, weiß nicht, ich habe einfach keinen Bock drauf, sagen wir einfach mal, extra zu arbeiten, ohne, also extra dafür zu arbeiten. Und dann weißt du, also theoretisch rechtlich kann ich natürlich jetzt nach Hause gehen, aber wie gucken mich die ganzen Kollegen an, die warten dann auf meine Arbeit, vielleicht kann der dann nichts weitermachen, weil meine Arbeit fehlt. Wie werde ich behandelt von den Kollegen dann künftig? Der Vorgesetzte, der jetzt nicht der ganz oben sitzt, der nicht der ist, der das Interview gibt, sondern der mein unmittelbarer Vorgesetzte ist, der findet das vielleicht trotzdem scheiße, weiß ich ja nicht. Also die ganze Sache, warum Crunch so funktioniert, ist, weil es eben diese, das muss ja niemand machen. Das ist immer die Ausrede. Ich habe das nie ganz verstanden, warum es das überhaupt gibt. Es erinnert mich immer so ein bisschen an die Geschichten, die ich aus den Verlagen gehört habe, wie so ein Spielemagazin entsteht oder eine Zeitung generell. Da hieß es immer, die ersten zwei Wochen machen wir, was wir wollen und schaukeln die Eier. Und in den letzten zwei Wochen, wenn die Heftabgabe entgegenkommt, dann sind alle am Machen und am Tun. Vor allem, wenn kurz davor noch ein großes Spieler eintrudelt oder sowas. Genau. Und ich habe nie verstanden, warum sind die nicht in der Lage von Anfang an irgendwie halbwegs strukturiert. Ich kenne das ja selber, wenn du keine, wenn du nicht diese Motivation hast oder es nicht musst, dann lässt du es auch mal ein bisschen schleifen. Aber ich kann, Spieleentwicklung funktioniert natürlich so nicht. So vieles ist am Anfang erst mal finden, ausprobieren und gucken. Aber trotzdem ist es irgendwie, da muss es doch nach all den Jahren Planungen und so Failsafe-Situationen geben, wo du weißt so, okay, wenn du ein bisschen zu lange dafür brauchst, machst du dieses und jenes, um zu vermeiden, dass dir die Leute da alle, wie die fliegen, wegsterben. Denn das immer wieder zu lesen, dass da Leute aufhören. Ich habe dir diesen Artikel gelesen zu Netherrealm, der jetzt kam mit der Gewalt. Den fand ich auch sehr spannend. Kannst du jetzt mal kurz erwähnen, was das war? Da kam diese Woche auch bei Kotaku ein Artikel, wo es darum ging, dass die Leute bei Netherrealm über extreme, fast posttraumatische Stresssymptome klagen, weil sie die ganze Zeit mit extremer Gewalt konfrontiert sind. Weil die sich halt Videos angucken müssen, wo Leute enthauptet werden, wo Schweine und also generell Tiere ausgeweidet werden, damit sie sehen können, wie das physikalisch korrekt sich verhält, wenn du jemandem ein Messer in den Bauch steckst und ihn aufschneidest. Und ich muss auch sagen, die Fatalities im neuen Model Compute sind halt auch wieder so, wo ich dachte, wer zum Teufel denkt sich das aus? Die Praktikanten. Und da haben einige Leute wirklich gesagt, sie gehen abends ins Bett und haben Blut und Gedärme vor Augen und träumen nur noch von Gewalt. Und das macht was mit Menschen. Und das fand ich auch ganz erschreckend, dass es da überhaupt kein, Ed Boone sitzt in allerlei Interviews und sagt so, haha, hi, hi, hi. Und hinter ihm die Leute, da brennt das Licht hallo. Ich verstehe das nicht, wie das möglich ist. Da gab es doch auch den Vergleich zu Naughty Dog, jetzt mit dem zweiten Last of Us, wo es auch so übelst heftig sein soll, weil wir wollen das ja so realistisch darstellen, diese Gewalt. Also da wurde auch gesagt, dass sie sich halt Videos angucken von Messerstechereien, die Leute halt erstochen werden. Echte Sachen, das finde ich auch heftig. Und bei mir ist immer so die Sache, okay, wenn du selbst ein Spiel machst und das selbst machen willst, so okay. Ja, wenn es Anordnung von oben hast, dann ist es so. Aber wenn halt irgendein Animator das machen muss, dann wird gesagt, du musst das nicht, aber natürlich muss, wie gesagt, es gibt ja immer den implizierten Zwang. Oder du bestellst dir halt einen Messerstecher ein, weil es gibt ja Animatoren unter den Messerstechern und die holst du dir dann rein. Das ist doch was. Also es ist halt immer so wieder dumm, weil wir reden ja über fucking Videospiele und dass man, um Videospiele zu entwickeln, posttraumatische Stresses in Order bekommen muss und Leute sehen muss, wie sie enthauptet werden und dass du dein Leben aufgeben musst, weil du 100 Stunden in der Woche arbeiten musst. Das ist einfach alles crazy. Das ist alles verrückt. Alles wie bei Game of Thrones. Es ist absolut nicht akzeptabel, wenn ein CEO sagt, dass das einfach nicht anders geht. Das ist einfach mein Punkt. Wenn sich der von CD Projektor hinstellt und sagt, ja Quatsch muss halt, ja nee, dann bist du halt unfähig in deinem Job und dann musst du vielleicht gehen. Das ist ja auch das Eigenartige. Es gibt ja sogar die Frage nach der Planung in diesem Schreierartikel, wo gesagt wird, plant ihr Überstunden mit ein? Und da hat wohl der Studio Head so ein bisschen gezögert und dann gesagt, wir versuchen es besser zu machen. Also quasi, ja, wir planen die Überstunden sogar mit ein in unseren Entwicklungsplan. Was dann natürlich die Antwort ist, warum passiert das immer? Weil sie es halt können. Also die Publisher und die Macher wissen, dass sie für die Leute 80 Arbeitsstunden oder 60 Arbeitsstunden einplanen können. Also machen sie das auch. Dieser Crunch ist nicht überraschend, dieser Crunch ist einfach vorgegeben. Ich habe sogar so ein, also es gab so einen schönen Tweet, wo jemand das gepostet hat, repostet hat mit dem Kotaku-Ding, wo einer einfach nur geschrieben hat, ach, gäbe es doch nur ein Genre in der Fiktion, das sich beschäftigt mit Mega-Corporations, die ihre Arbeitskraft ausnutzen. Was halt, ich würde das jetzt nicht in der krassen Form CD Projekt Red vorwerfen, weil ein bisschen Bereitschaft zeigen sie ja schon mit dem Ding. Aber Schreier selbst schreibt halt auch und das sehe ich halt auch so ein bisschen. Es wirkt ein bisschen so, als ob sie einfach dem unvermeidbaren Artikel, der da gekommen wäre, vorzuvollkommen. Und wo er gesagt hat, er arbeitet auch noch an etwas. Hat er das gesagt? Das habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Dass er halt bereits in den letzten Wochen und Monaten viel über Cyberpunk auch mit Leuten geredet hat und dass er da noch an was arbeiten würde, habe ich das. Der Schreier ist so Gold. Ich hatte tatsächlich letztes Jahr oder jetzt auch bei Anthem hatte ich kurz den Moment, wo ich dachte, bitte Gott, lass ihn nicht in den zweiten Klaas Relotius sein. Alles ausgedacht. Ja, weil wie kann es sein, dass jemand die ganze Zeit so geile Artikel, also auch so geile Informationen bekommt? Natürlich ist es in der Branche, wenn es eine Person gibt, wo du weißt, mit der kannst du reden. Dann kommen alle dahin. Ja, macht es natürlich Sinn, dass das dann irgendwie eher die Go-To-Person ist, aber trotzdem dachte ich mir auch so, also jeder Artikel kommt von Jason Schreier. Also wenn ich halt einen Bericht über den Krieg im Iran kommenden sehe von Jason Schreier und über dieses eine Mädchen, das er dort gefunden hat, das ganze traurige Augen ihm berichtet hat, dann werde ich auf jeden Fall kritisch. Er schreibt ja die Artikel zum Glück nicht so, er macht ja nicht so und dann saß André Bischofriff in der Ecke bei CD Projekt Red und ihm lief eine einzelne Träne die Wange herunter. Aber in der Strede sah ich das weinende Gesicht eines Entwicklers gespiegelt. Ein Komet schwebt über uns her. Was für ein Zufall genau in diesem Moment, als ich zum Recherchieren hier war. Da hörte ich Gott, der sagte, du bist gut. Wir machen weiter mit dem übernächsten Call of Duty, denn in diesem Jahr soll ja noch ein Call of Duty kommen, das noch nicht angekündigt wurde, aber es gibt schon Gerüche, dass es ein neues Modern Warfare sein soll. Das ist ein Modern Warfare, ja. Dieser Bericht, auf dem das jetzt basiert, kommt von Kotaku, Jason Schreier, mehrere Quellen, die ihm berichteten. Also, mal wieder, ohne den Mann hätten wir einfach nicht zu bequatschen hier in diesem Podcast. Der ist ja frei bei denen, oder? Nee, der ist fest bei Kotaku. Den lassen die, also ich glaube, den haben die sehr bewusst an sich gebunden, weil sie wissen, wie viel das wert ist. Ursprünglich sollte das Call of Duty, das 2020 dann kommen sollte, von Sledgehammer und Raven entwickelt werden. Die Studios wären da dran gewesen, weil jetzt in diesem Jahr ist Infinity War dran und im letzten Jahr war Treyarch dran mit Black Ops 4. Und es gibt diese Rotation und die wird auch schon seit Jahren durchgezogen, sodass jedes Jahr dieses Call of Duty kommt von unterschiedlichen Leuten. Jetzt gab's aber wohl Probleme laut drei Quellen, die Kotaku berichteten, in der Entwicklung, die dazu geführt haben, dass Sledgehammer und Raven nicht mehr die Entwicklung leiten, sondern nur noch unterstützen. Und Treyarch jetzt überraschend schon in diesem, also im nächsten Jahr, das nächste Call of Duty macht und das wohl auch erneut ein Black Ops werden soll, Black Ops 5. Das, an dem Sledgehammer und Raven gearbeitet haben, sollte im Kalten Krieg spielen. Und dieses neue Black Ops jetzt wohl auch, was also dann wieder so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgeht. Und es gibt auch Berichte darüber, dass Sledgehammer und Raven sich wohl überhaupt nicht verstanden haben bei der Entwicklung und dass Raven zur Abwechslung mal die Führung übernehmen sollte bei der Entwicklung, weil normalerweise war das Sledgehammer. Aber es haben ja auch erst vor einer Weile die Gründer von Sledgehammer das Studio verlassen, wo auch schon Leute dachten, okay, da wird irgendwas hinter den Kursen passieren. Und hat sehr viele Leute mit sich genommen. Genau, und auch Leute mit sich genommen. Das war alles 2018. Jetzt gab's auch Quellen, die bereits berichten über Überstunden, die jetzt schon dadurch entstehen, weil sie haben ja jetzt nur zwei Jahre Zeit für dieses Spiel, statt die üblichen drei, weil sie ja eben erst im letzten Jahr Black Ops 4 gemacht haben. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, jetzt ist eigentlich alles angenehmer, weil's man einen richtigen, durchgezogenen Gameplan gibt für die Entwicklung und das wohl bei Black Ops 4 sehr anders gewesen sein soll. Genau, Black Ops 4 war halt ein Spiel, was uns im extremen Crunch ebenfalls litt, das wissen wir auch. Übrigens, mir ist gerade eingefallen, ich hab mich da verwechselt, weil es so viele Jason Schreyer-Artikel dieser Natur gibt, dass mit dem, da kommt noch was, war nicht auf Cyberpunk bezogen, sondern war auf Black Ops 4 und Black Ops 5 bezogen. In diesem Artikel schreibt Jason Schreyer, da kommt noch was. Wisst ihr, wie ihr sich viel verkauft habt? Ja, das war wohl ein guter Start, aber dann enttäuschend für Activision. Hat nicht so diesen langanhaltenden Erfolg, den die anderen Call of Duties hatten. Genau. Ich find das extrem schade, also A, dass halt Sledgehammer in dieser, also anscheinend es nicht mehr so richtig so hoch gibt, wie ich es mal mochte, weil einfach so viele Leute mittlerweile gegangen sind, auch die Leitung nicht mehr da ist. Die konnte man mögen? Also ich fand Advanced Warfare und es waren ja auch quasi die Visceral Games-Macher, also Dead Space-Gründer waren ja das, was dann zu Sledgehammer wurde. Und ich mochte halt Advanced Warfare, ich fand das war eine der besten Call of Duty-Kampagnen und die hatten mir richtig, richtig Spaß breitig, ich fand die wirklich richtig toll. Und World of War 2 hab ich da nicht mehr gespielt, weil das wirkte für mich sehr Mein Problem ist eher damit, dass ich bei denen, also ich hab da gar keine, ich erkenne keine Seele von Sledgehammer Games. Also wenn man mir sagt so, ey, was magst du denn Sledgehammer Games? Ja, die sind halt Auftragsarbeiter und machen halt ein Call of Duty so, wie es jedes Jahr ist. Die Kampagne war immer irgendwie okay bis sehr gut, ich hatte auch so meine Favoriten. Multiplayer ist halt immer knaller, wenn du das mochtest, genau diese Art von Spiel, dann ist das nie ein Spiel gewesen, über das man hätte diskutieren müssen. Ich bin nie in diesen Call of Duty-Hate mit eingestiegen, weil für mich war Call of Duty genau das Richtige, aber Sledgehammer war für mich, hat keine Identität. Nee, da würde ich dir jetzt auch nicht widersprechen. Also das, was die hatten, war, die hatten die geilsten Waffensounds, so, das war deren Identität, aber... Das war die Visceral Expertise. Genau, aber ich würde dir da jetzt nicht widersprechen, es war einfach so, die haben halt das, was kam denn nach, Infinity War kam noch nach, äh, Advanced Warfare, das fand Infinite Warfare. Infinite Warfare, Entschuldigung, das fand ich auch sehr, sehr gut, aber abgesehen davon war es so die letzten Jahre sehr dünn mit Call of Duty für mich, deswegen hab ich mich sehr darauf gefreut, zu sehen, was sie nächstes Jahr sich trauen und im Vergleich dazu war halt, fand ich halt, die Kampagne von Black Ops 3, war mit Abstand die schlechteste Call of Duty-Kampagne, ich hab da hier richtig abgerantet, aber ich fand, das war eine der schlechtesten Shooter-Kampagnen generell, die ich seit langer Zeit gespielt habe. Was war denn das nochmal? Das war, wo du halt, ähm... Ach so, wo du in deinen Gedanken herumeierst dann, ne? Genau, genau. Mit dem Zugunglück am Anfang? Genau, genau. Ja, okay. Weil die halt nur aus so Wellen von Gegnern, das war richtig scheiße. Ähm, und dann natürlich, 4 hatte gar keine Kampagne mehr. Ähm, das war vorher ganz anders bei Call of Duty. Ja, gut, das war jetzt kein guter Punkt, ich stimme dazu, das war jetzt kein sehr guter Punkt, aber wenn man so, vielleicht mach ich nochmal ein ausführliches 2-Stunden-Video über Call of Duty Black Ops 3 mal gucken. Oh ja, bitte. Ähm, also, ich finde, deswegen aus einer ganz subjektiven Sicht, finde ich sehr schade, weil ich mich darauf gefreut habe. Ähm, ich finde aber auch, wenn man halt bedenkt, dass Black Ops 3, äh, 4, was da für Crunch hinterher ist bei einer dreijährigen Entwicklungszeit, dass sie jetzt zwei Jahre Zeit haben, um dann aus den Überresten des vorherigen Call of Duties ein neues Call of Duty zu basteln. Diesmal wieder mit Kampagne. Mit Kampagne, genau. Ja, ist das schon klar. Ja, das war wohl nur eine Ausnahme, also auch Modern Warfare 4 dieses Jahr soll angeblich eine Kampagne haben. Ähm, da blicke ich ganz schön kritisch drauf. Ähm, ich vermute auch, dass Treyarch da spätestens Mitte letzten, nächsten Jahres, wenn sie hart im Crunch liegen, da kritisch drauf blicken werden. Na, vor allem, wer macht dann das Spiel im Jahr danach? Ja, ja, genau. Vielleicht machen sie mal Pause, das wäre ja auch immer nicht schlecht. Nee, Activision macht niemals Pause. Aber es kann halt gut sein, dass sie, ähm, dass sie es hat, ne, weil das, Black Ops 4 war ja ein Vorstoß in eine Richtung, wo sie sagen, so, okay, ist nur Multiplayer und äh, sie probieren es jetzt mit ähm, ähm, weiteren Battle Royale-Versuchen, ähm, ich weiß nicht, ob das... Free-to-Play wurde in dem Artikel geschrieben, dass, äh, sie damit wohl ein bisschen experimentieren, aber dass es wohl immer noch Leute bei Activision gibt, die sich dagegen wehren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, es so kompliziert wäre, zu sagen, man macht einen Battle Royale-Only-Ableger, der dann in einem Jahr kommt, ähm, weil das kann unmöglich so viel, also die Technik ist da, die Mechanismen sind da. Wie hieß der, wie hieß der Modus? Wie hieß der Modus? Blackout. Blackout, dass das einfach sein eigenes Spiel wird? Du kannst dir Blackout 1 entkaufen tatsächlich. Ah, okay. Naja, aber das quasi, Blackout 2 oder so, dann einmal das Konto. Genau, das meine ich auch, das wäre eine Option, ja. Ähm, tatsächlich bei dem, wie gesagt, wir haben jetzt noch nicht den großen, ausführlichen Schreierartikel, der wird sicherlich noch kommen, aber wir haben diverse Anspielungen von, äh, Schreier, von anderen Leuten, so Yu-Gi-Mann und Co., die halt immer wieder angedeutet haben, dass halt die, die fehlende Kampagne von Black Ops 4 keine bewusster Plan war, sondern eher eine Notfallentscheidung, ähm, dass die es quasi rausschneiden mussten. Ähm, deswegen scheint das tatsächlich nie so ganz der Plan gewesen zu sein von Activision, auf die Kampagne zu verzichten, was ich schön finde, ähm, man muss aber halt auch echt sehen, wie, also wenn jetzt auch noch künftig immer ein, ähm, Blackout-Modus, wie heißt das, Black-Gloreal-Modus drin sein soll, dann hast du im Grunde vier Spiele, die sie entwickeln, weil das muss man sich wirklich nochmal klar machen, dieses Call of Duty-Spiel, die Kampagne, die Multiplayer- und die Zombiespiele, die könnte man jeweils für vier Euro verkaufen, da steckt richtig viel drin jeweils. Sowas wie Killing Floor ist der Zombie-Modus von Call of Duty. Genau, also und das sind halt jeweils unterschiedliche Spiele, die teilweise, wenn man auf den Zombie-Modus geht, sogar mechanisch und anders funktionieren grundsätzlich, ähm, da muss man sich echt mal klar machen, wie viel da drinsteckt und wenn dann auch noch künftig zusätzlich zur Kampagne der Blackout-Modus regelmäßig kommen sollte, dann so... Das wäre eine Menge, ja. Also mal lieber, wer gesagt war. Nee, ich glaube einfach, sie holen noch ein Studio mit rein in diese Call of Duty-Rotation und sie sind ja jetzt dicke, äh, mit den Japanern, deswegen macht dann From Software 2021 das nächste Call of Duty. Das ist mein Tipp. Respawn, fände ich, wäre eine schöne Wahl. Lieber Mats. Mats. Mats? Ja, Mats. Entschuldigung, ich habe einen großen Typen neben mir sitzen. Wir haben gestern einen Podcast gemacht, da saß Mats an der Stelle, wo David saß. Ihr habt über Detective Pikachu gesprochen. Außerdem bin ich so gewohnt, so irgendwie leicht enttäuscht und verärgert, Mats zu sagen. Ach, Mats. Bevor wir zu den Spielen kommen, magst du mal kurz sagen, was du von Pikachu hielst? Weil wir waren uns nicht sicher, ob du das jetzt mögen würdest oder nicht. Ich habe ja noch nie ein Pokémon gespielt, noch nie die Serie gesehen. Eben. Ich habe null, äh, gar keine Berührungspunkte damit und saß im Kino am Anfang wirklich da und dachte, hm? Also ich wirklich, das war Augenbrauen hochziehen und nicht verstehen, was Phase ist, aber der Film holt einen schön ab. Ich mochte, dass er so, er geht mit den Charakteren und den Figuren sehr gut um. Die Figuren dürfen Angst haben, mal Selbstzweifel haben. Also so diese typische Heldenreise, die dieser Junge auch durchmacht, in sehr bunt, in sehr quietschig. Aber ich mochte das. Ich, also das Einzige, woran ich mich so richtig gestört habe, waren so die, äh, die Motivation des Bösewichts oder sein gesamter Plot, der mich an den Joker im ersten Teil mit seinen Luftballons erinnerte am Ende. Das war super. Genau das Gespräch hatten wir auch. Nicht im Podcast, aber ja. Super strange, ein bisschen Powerranger-ig, aber vorher mochte ich das alles sehr. Ich hätte auch erwartet, dass ich einen Film dieser Art sehr viel beschissener finde. Beziehungsweise man hätte den auch viel schlechter machen können. Also ich, es war eine clevere Idee, Detective Pikachu zu wählen, ihn redend, also ihn sprechend zu machen, statt dass da diese Viecher rumläufen und Pika, Pika. Ich glaube, da hätte ich mir die Kuh gegeben. Ein ganzer Film über Pika, Pika. Ja, wenn dieses Viech nichts anderes gemacht hätte, aber so fand ich es, äh, also es ist ein Film, den ich mir jetzt nicht angeguckt hätte, wenn ich nicht gemusst hätte, aber ich, äh, ist einer der, also ich glaube Fans rasten da aus. Ich denke, ihr fandet den beide gut, oder? Ja. Oh, okay. Ich deutlich besser als jetzt Robin, aber Robin meinte auch, es ist jetzt zwar nichts krasses, aber okay. Ich fühle mich so drei von fünf Sterne. Aber das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil ich dachte, wenn ihr irgendwen… Ich hoffe, das finde ich dann sogar noch ein bisschen besser. Wir haben jetzt, wir hatten halt im Podcast überlegt, wie finden den Leute, die gar nichts mit Pokémon zu tun haben und hätten halt gedacht, für die wäre es dann eher so ein, halt, eher blöder Kinderfilm oder sowas, aber… Nee, weil also die Grundwerte, ähm, ne, das Writing und so, das fand ich, das fand ich okay. Schön zu hören. Das fand ich okay. Ja, schön. Viel besser war John Big, aber, ähm, da würde ich jetzt abnörden. Ich habe noch eine News, über die ich ganz gerne sprechen möchte, meine Lieblings-News der Woche. Äh, nämlich, äh, habt ihr das mitgebekommen mit World of Warcraft Classic? Ich weiß, ich muss schon wieder abkotzen über das Spiel, aber ich finde das so lustig, dass diese Woche die News kam, dass, äh, sich die Fans beschweren, weil es die Beta ja online gegangen jetzt, und Fans, äh, reporten Features als Bugs, wo sie nicht wussten, dass das in Classic so war. Ähm, Blizzard, äh, meine Quest-Markierung wird nicht auf der Map angezeigt. Ja, und Blizzard sagt, ähm, und hat jetzt schon eine Liste veröffentlicht. Das ist so lustig, in der sie schreiben, dass, äh, diese Features sind keine Bugs und die Liste wird, glaube ich, gerade länger. Aber ich muss sagen, selbst in dieser Liste dachte ich mir, also, das ist eine Liste, die Exit-Features sind, und ich dachte mir, das klingt doch wie ein Bug. Ja. Das war damals einfach so. Dass man aufeinander stehen kann, und wenn man dann in unterschiedliche Richtungen, also, einer stellt sich auf den anderen, guckt dann woanders hin und kann dann aber zaubern und so krass, äh, so Kram. Ja, oder das so, wenn du, wenn du jemanden sitzend angreifst, kann der nicht, äh, kann der bestimmte Statuswerte nicht bekommen, weil er dann sitzt. Das ist ja offensichtlich, glaube ich, nicht so, also, in der ganz ursprünglichen Idee so vorgestellt gewesen, aber, ich meine, der Punkt ist ja, das muss ja in, irgendwo muss man ja mal sagen, wir nehmen jetzt diese Version. Ja. So, wir können jetzt nicht diese Version von diesem Zeitpunkt nehmen und dann noch die Bugfixes machen, weil dann haben wir einfach irgendwann wieder eine Version von später bei Burning Crusade. Das heißt, irgendwann muss man einfach sagen, hier habt ihr die Bugs, take it, und hier habt ihr auch die ganzen Features, die ihr glaubt, Bugs zu sein. Aber das ist so lustig. Ich glaube, dass dann Leute dahin gehen, die ja wahrscheinlich Classic nie gespielt haben und sich dann denken, ja, nee, das ist ein Fehler hier. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das kannst du genau so, die sich anscheinend haben. Aber gerade das mit den Questmarkierungen klingt wie jemand, der gerade von einem neuen ReoW kommt und dann sagt, du denkst, hä? Ich sag euch, dieses Spiel ist nach zwei Monaten tot. Also, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, aber ich glaube, es gibt genug Leute. Es ist ja auch Teil der normalen Subscription. Du bezahlst einfach dein normales World of Warcraft und dann bekommst du eine Zugriff auf Classic. Deswegen sind sie da sowieso schon safe, dass sie das immer als eins verkaufen können. Und ich glaube auch, also ich glaube, da wird es genug Leute geben, die es auf einer nostalgisch nehmen, die dann alles andere ignorieren. Ich würde auf jeden Fall auch reingucken. Mal gucken. Gibt es, wurde schon berichtet, ob es Rollenspiel-Server in World of Warcraft Classic gibt? Ich würde davon ausgehen. Hoffentlich, weil dann werde ich meinen alten Aduri-Stamm vielleicht wiederbeleben. Geht's wieder los. Unseren Trollfreunden in Booty Bay abhängen, in Strangle Thorn, um dort dann halt bestimmte Stammesangelegenheiten, ich will das nicht so sagen. Es ist kein Cybersex, wenn es romantisch ist. Wenn man sich dabei verliebt, dann ist es kein... Es ist ein Cyber-Dates, bitte. Und damit sind wir am Ende der News angelangt. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause über audible.de. Slash huckt, könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen. Und da hattet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also audible.de Slash huckt für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mausbets und mehr mit Huckt und Time2Dry-Motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Infiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. angefangen mit Rage 2, das wir alle drei gezockt haben. David sogar durch. Ja. Du nicht? Nee. Ich auch nicht. Ich bin so fünf, sechs Stunden drin, so ungefähr. Also es ist auch nur ein erweiterter Ersteindruck. Beziehungsweise laut dir, David, bin ich zur Hälfte durch. Was ich sehr lustig finde. Ich anscheinend auch. Also du kannst in diesem Spiel, glaube ich, nach 20 Minuten durch sein. Also wenn man mal... Die Speedruns sind, glaube ich, schon so drei, vier Stunden, wenn du die ganzen Story-Missionen machen willst. Nee, nee, die Story-Missionen sind gar nicht das Problem. Es gibt nämlich, glaube ich, nur zehn. Aber du, das ist ja gebunden an einen gewissen Fortschritt. Also die drei Figuren, also es ist so, dass du in diesem Spiel, vielleicht fangen wir aber auch einfach von vorne an. Es ist ein Open-World-First-Person-Shooter. Ja. Also klassisches First-Person-Shooter-Gameplay. Sehr actiongeladen, sehr schnell mit so Spezialfähigkeiten, irgendwie so eine Art Machtstoß oder so ein kleines schwarzes Loch, was man schmeißen kann. Es gibt vier, da haben wir die Hälfte. Der andere ist ein... Ich kenne die anderen halt einfach noch nicht. Das sind die, die ich kenne. Genau. Und du bekommst diese Fähigkeiten aber nur durch sogenannte Arcs. Das sind so abgestürzte Satelliten oder so, wie ich das verstanden habe. Also wo halt Leute von der früheren Welt drin waren. Ja, und darin kriegst du die neuen Waffen und die neuen Fähigkeiten und zwar exklusiv. Das fand ich zum Beispiel sehr komisch. Du kannst dieses Spiel, so ist es bei mir zum Beispiel gewesen, durchspielen und die Hälfte der Fähigkeiten und die Hälfte der Waffen nie zu Gesicht bekommen, weil du vorher die Welt, also sie zwingen dich dazu quasi die Welt zu romen. Du kannst das Spiel auch so schaffen, aber wenn du alles haben möchtest, dann musst du diese ganze Spielwelt bereisen. und du bekommst, nachdem du rauskommst aus dem ersten Level, bekommst du die Aufgabe, suche drei Personen. Die Story habe ich, also ich könnte sie euch nicht zusammenfassen, obwohl ich sie jetzt bis zu Ende gesehen habe. Und dann suchst du diese drei Personen und bei denen musst du dann aufleveln und du levelst auf in deren Gunst, indem du Sachen in der Open World machst. Und das, glaube ich, das ist es, was dich am ehesten noch auffällt. Du musst aber nur bis Level 5 hochleveln, das geht relativ schnell. Das heißt, ich habe gebraucht, lass es 15, 16 Stunden gewesen sein, die ich gebraucht habe und habe das Spiel sofort wieder deinstalliert, nachdem ich den Entgegner besiegt habe. Ja, also bei mir ist die Reise mit Rage 2 auch so ein bisschen hin und her. Am Anfang fand ich das sehr, also dieses ganze Intro, das hat bei mir gar nicht gezündigt, das fand ich sehr blöd. Dann, als ich in die Welt kam und mal angefangen habe, richtig Camps zu säubern von diesen Wasteland-Bewohnern. Das hat mir Spaß gemacht, weil ich das Gameplay richtig toll finde und schnell und responsive, würde man sagen. Und auch diese Fähigkeiten mag und auch die Shotgun unglaublich cool finde. Also so dieses reine Kämpfen, das macht mir Spaß in dem Spiel. So war es bei mir auch. Das Auto fühlt sich dann griffig an, die Waffen fühlen sich griffig an, aber dann kommt irgendwie das Problem aber dazu, du behältst dieselben Waffen und dieselben Fähigkeiten für sehr, sehr lange Zeit, wenn du nicht wirklich spezifisch das, ich haue jetzt alle Archen ab und die musst du im späteren Verlauf dann wirklich dezidiert suchen, weil sonst musst du alle Datapads in der Umgebung noch finden oder dich bei Leuten durchfragen, wo diese Arcs sind. Deswegen fährst du auch so ein bisschen blind diese Map ab, um diese Arcs zu finden und von Fragezeichen zu Fragezeichen. Und das macht dieses Spiel noch zäher, als es sowieso schon ist, denn bei mir Sätze so ab Stunde fünf, dieser Loop hat dann nichts mehr bewirkt. Genau da bin ich gerade. Genau diesen Effekt spüre ich gerade, wo ich so dachte, okay, ich habe jetzt die Entdeckungsphase quasi hinter mir, wo ich so die verschiedenen Missionstypen kenne, mit hier in diesem ... Robben bereitet sich neben uns schon vor, wie so ein Boxer, der jetzt gleich loslegt. Wenn die fertig sind, werde ich sie so wegklatschen. Rage ist das beste Spiel des Jahres. Da freue ich mich schon drauf. In der Mission musst du irgendwie alle Öltanks platt machen, in der Mission musst du einfach nur ein Camp säubern, in der Mission musst du so einen komischen Turm zerstören, was halt mega langweilig ist. Und als ich das dann alles kannte, da hatte ich dann auch wirklich einfach keinen großen Drive mehr, wortwörtlich durch diese Welt zu fahren. Weil auch wenig dynamisch passiert. Es gibt auch keine Nebenquests. Also abseits dieser zehn Hauptquests, Nebenquests beschränken sich darauf, dass du auf Figuren in den Städten triffst, die sagen, da ist noch ein Camp. Da ist noch so ein Loch. Ja, das sind eher so Pointer. Ja, das sind Pointer, wo du die Sachen, die du eh findest in der Spielwelt, dann machen kannst. Also statt an so einem Goon, heißen die Typen, diese Bandits, an so einem Bandit-Camp vorbeizufahren und dann zu sagen, okay, da steige ich jetzt aus und mach das sauber. Sagt dann so ein Typ, ey, da ist so ein Bandit-Camp. Da kannst du, wenn du möchtest, das Camp leer machen. Du findest dann halt Ressourcen, mit denen kannst du Fähigkeiten steigern. Das ist so wie in den meisten Spielen, dass sie halt so ein Incentive erschaffen, wo du das machen musst, um stärker zu werden. Aber insgesamt, muss ich sagen, also gerade nachdem ich es ja noch durchgespielt hatte und diese sehr, sehr lahmarschige Geschichte zu Ende gebracht habe, ich habe kurz überlegt, möchte ich eine weitere Sekunde durch dieses Ödland fahren, um noch ein Camp zu machen, um dieselben fünf Aufgabentypen, die ich ein paar Stunden vorher schon machen musste, um dahin zu kommen, weitermachen. Ich habe keine Sekunde gezögert und das Spiel deinstalliert. Robin und ich, wir haben uns ja im Livestream drüber unterhalten. Da habe ich ja Rage 2 quasi gerade erst angefangen und du hattest schon ein paar Stunden drin und meintest ja auch so, die offene Welt bringt dir nichts. Und ich war da noch dem ein bisschen offener gegenüber, aber inzwischen, also das hat sich tatsächlich sehr schnell ausgespielt, weil eben nichts passiert ist. Das Aufregendste war mal, dass ich so einem Riesen begegnet bin, so einem Mutanten. Aber da saß ich halt im Auto und habe drei Minuten auf den geschossen und dann war er wieder tot. Und dann wiederholt sich das noch. Also, dass da deutlich mehr und dynamischer hätten Dinge passieren müssen in dieser Welt, um sie interessant zu machen. Weil, als ich zum Beispiel diese Mission hatte, wo ich in diesem Spaceport war und mich da durch verschiedene Stockwerke gekämpft habe und meine ganzen Fähigkeiten einsetzen konnte. In diesem Moment finde ich Rage 2 super, super cool, weil mir die Waffen wirklich Spaß machen. Ich habe diese eine Pistole, mit der du so quasi Minen an die Leute schießt und dann schnippst du mit dem Finger und dann explodieren sie alle gleichzeitig. Das für mich macht super Spaß, fühlt sich toll an. Aber davon gibt es genau vier oder fünf Missionen, die so sind. Richtig. Und Rage 1, da sind alle Missionen so. Da hast du zwar auch dieses Umherfahren in der Gegend und das ist egal, das könnte man komplett rausstreichen. Und hier wurde jetzt das Umherfahren aufgeblasen, aber dafür der Rest ein bisschen reduziert. Und deswegen ist momentan mein Empfinden so ein bisschen, als ob mir Rage 1 tatsächlich ein bisschen besser gefällt. Beziehungsweise ich hätte gern eher das Design von Rage 1 mit dem Gameplay von Rage 2. Ich würde in einem Punkt widersprechen, das ist bei dem Fahrzeugkontroller, weil ich die richtig schlimm finde. Habe ich auch schon gehört. Ich persönlich habe mich irgendwann daran gewöhnt, aber ja. Also die Fahrzeuge fahren, wenn man nach vorne drückt, fahren sie nach vorne und sie explodieren nicht. Also es funktioniert halt, aber versuch mal mit dem Ding zu driften. Versuch mal mit dem Ding kontrolliert, schnell eine Kurve zu fahren, cool rumzudriften und rauszudaschen und irgendwelche coolen Manöver damit zu machen. Hast du schon bei der Mission, weil es kommt eine Pflichtmission, wo du ein Rennen machst. Fand ich richtig scheiße. Alter, hab ich mich da gequält. Fand ich richtig scheiße. Die Autos fühlen sich langsam an. Gleichzeitig sind sie aber auch schwerfällig, ohne bewusst schwerfällig, wie etwa die in Mad Max zu wirken, weil du ja trotzdem boosten und driften können sollst. Nur das fühlt sich halt überhaupt gar nicht toll an. Ich finde halt, das ist in dieser Form okay. Es fühlt sich in dieser Form okay und gut an, wie es halt funktional ist. Also du kannst halt von A nach B fahren, aber sich so toll anfühlen. Also es erinnert mich halt an Just Cause, wo auch du jedes Fahrzeug so weit umlaufen willst. Naja, Mad Max wiederum fand ich halt da deutlich besser, weil das hat sich halt schwieriger gesteuert und schwerfälliger, aber bewusst so. Es war halt so ein bewusstes Ding, du fährst ja keine coole Arcade-Karre, sondern du fährst so ein schwerfälliges Ding, was sich auch so, was so bewusst in der Welt drin steckt. Das ist allgemein die Stärke, finde ich. Die Mad Max hatte, die halt Rage komplett abhanden geht. Mad Max bestand ja auch aus drei unterschiedlichen Missionstypen und dann eine riesige Map vollgehauen davon. Aber Mad Max hatte ein unglaubliches, starkes Gefühl für die Welt. Mit seinen Sandstürmen, mit seinen NPCs, die du getroffen hast, mit seinem Grafikstil. Das hat eine sehr intensive Atmosphäre aufgebaut. Ich fand auch die Auto-Matche, also ich erinnere mich, dass ich in Mad Max sehr viel lieber diese Autokämpfe hatte. Und hier habe ich mich sogar eine Zeit lang gefragt, gab es zum Beispiel dieses, also das, was ich ganz grauenerregend finde, ist das Lock-on-System des Autos. Also du kannst ja Gegner mit so einem Autolock und der springt völlig wahllos hin und her. Ja, es ist zum Teil unmöglich, dezidiert zu sagen, ich möchte jetzt diesen Gegner erschießen in diesem Auto, sodass ich da irgendwann drauf verzichtet habe, an allem vorbeigefahren bin. Und das macht es dann wirklich blödsinnig. Also warum anbieten, wenn du es so verkackst, dass ich das dann nicht mehr spielen möchte? Das war auch so ein bisschen mein Ding. Ich bin so durch die Welt gefahren und am Anfang noch einfach mal so erkundet und dann, ah, hier ist so ein Camp und da ist sowas. Dann hast du aber das gesehen und dann ist da noch ein Camp und nochmal sowas. Und dann kommen wir da mal vielleicht ein paar Goons mittendrin auf der Straße, aber die überfährst du dann und dann geht es weiter. Also ja, das ist auch so, diese offene Welt erfüllt so keinen Zweck. Du hast manchmal sehr schöne, finde ich, Lichtstimmungen oder so Wetterbedingungen oder sowas. Oder Wetterbedingungen ist falsch. Also ich habe bisher eigentlich noch gar kein unterschiedliches Wetter gesehen. Aber ich meine einfach so die Atmosphäre mit den Panoramen, die du siehst, wenn du irgendwie im Sumpf bist oder eben diese Space Station vor dir hast und da die Sonne dir entgegenscheint, das sieht halt sehr schick aus. Aber abgesehen davon wäre mir ein lineares Spiel tatsächlich sehr viel lieber gewesen und sei es halt so wie du. Ich glaube halt, dass auch wenn es lineares Spiel, dann wäre es auf jeden Fall das deutlich bessere Spiel gewesen. Aber diese Spielwelt wäre immer noch die gleiche. Und es ist eine der lamesten Spielwelten, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Weil es keine Identität gibt. Also ich habe kein bisschen das Gefühl, hat jemand sich gedacht, wie ist diese Welt aufgeholt? Wie funktioniert sie? Wie zum Beispiel in The Mad Max oder jedem anderen postapokalyptischen Spiel, wo Zivilisationen sich aufbauen. Eines der besten Beispiele ist der Horizon Zero Dawn. Du hast da wirklich diese unterschiedlichen Städte, die unterschiedlich dann gewachsen sind. Du siehst die Einzelteile der Roboter, die sie als Kleidung tragen. Du siehst, du weißt immer, du weißt genau, wo kommt das alles her? Wie leben die in dieser Welt? Und hier hast du einfach, der hat einen bunten Hut an. Hier gibt es eine TV-Übertragung von Killmatches. Also haben die Fernsehen? Gibt es Leute, die zu Hause sitzen und Fernsehen gucken in dieser postapokalyptischen Welt? Es gibt überhaupt gar keinen, ich will jetzt nicht, dass da eine ernste Story erzählt wird. Nur wenn sie halt wollen, es ist eine verrückte, übertriebene Welt, dann sollen sie bitte mir diese Welt mehr geben. Aber die habe ich auch nicht bekommen. Sondern ich habe eine unglaublich langweilige, schon tausendmal im Besser gesehen. Ja, Postapokalypse, Schema F und dann ein bisschen rosa drüber gemalt. Aber selbst, ich habe tatsächlich eine Antwort darauf halt nochmal, nicht nochmal, sondern das ist für mich das erste Mal Far Cry New Dawn installiert und mal reingeguckt. Das ist so viel bunter, das ist so viel verrückter in Anführungszeichen. Und besser. Also ich habe es ja auch dieses Jahr durchgespielt. Ich finde es deutlich, deutlich das bessere Spiel. Aber das liegt auch ein bisschen an den Spielsystemen von Far Cry, die einfach nochmal runder sind und auch die Welt, weil es sich eben auf die Karte von, auf der Karte von Far Cry 5 fußt. Aber nee, also hier war, ich fand, es gibt ja vier oder fünf große Abschnitte. Die Karte ist wieder so das typische Ding, was so in so Bereiche unterteilt ist. Und es gibt zwar die Wüstenregion und es gibt auch diese Morast-Ebene oder so, aber ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, nie so wie in anderen Spielen, die du auch genannt hast, so, dass ich so, A, dass es so natürliche Übergänge sind, aber dass ich aber auch das Gefühl hatte, so, ich kann dir, also wenn du jetzt mir Screenshots zeigen würdest, ich könnte dir nicht sagen, aus welcher Ecke das ist. Das ist einfach alles ein Käse und dazu gehört der ganze Rest. Also das Einzige, was man wirklich sagen muss, was gut funktioniert, ist das Waffenhandling. Aber auch das ist mir zu arcadig. Das funktioniert für mich in anderen Spielen, habe ich da, es ist einfach mehr Wumms dahinter, wenn ich in Far Cry Leute erschieße, als hier, wo alles so. Und da würde ich widersprechen. Weil gerade in New Dawn hast du ja dieses Bulletspunch-Ding, wo du ein Rollenspiel hast. Ich glaube, das ist wirklich eine Geschmackssache. Für mich ist, also ich sage nicht, dass es schlecht ist, ich finde das auch, ich merke, was es für Vorteile hat und ich finde das auch super, wie schnell das geht und was du für, es gibt da so eine Stomp-Attacke, wo du auf den Boden springst, das schleudert die Leute hoch und wenn du möchtest, kannst du dann so richtig eine Juggle-Kombo eine halbe machen. Und also ich glaube, dass da Leute, die fähig sind und gewillt sind, sich ein bisschen mit den Fähigkeiten auseinanderzusetzen, sehr geile Scheiße machen können. Und wenn das nicht so ein langweiliges Spiel wäre, glaube ich, gäbe es ganz viele Videos, wo Leute ganz viele schöne Sachen ausprobieren. Aber ich glaube, das wird so viele Leute zu Tode langweilen, dass sie sich lieber wieder in Sekiro hinsetzen und mit irgendwelchen Bongo-Controllern das Spiel dann durchspielen. Ich glaube, wo am Ende dieser Satz her stimmt. Das machen bestimmt Leute. Ja, ich finde das sehr schade, ehrlich gesagt, weil ich habe mich sehr gefreut auf dieses Spiel. Und ich habe eigentlich auch noch vor, es weiterzuspielen, weil mir eben das Handling so viel Spaß macht. Und ich halt mag, dass ich in der Shotgun so Fähigkeiten quasi geslottet habe, die dann dafür sorgen, dass der nächste Milischlag eher ein Crit wird. Und ich dann eben sehr dazu motiviert bin, sehr nah heranzugehen an die Gegner. Und das dann mit dem Slide oder diesem leichten Warp, der in dem Machtstoß da steckt, zu machen, das macht schon Spaß. Aber zwischen diesen tollen Momenten, in denen ich gegen Gegner kämpfe, muss ich halt immer erstmal eine Weile rumfahren. Und das finde ich so ein bisschen ermüdend. Und ich finde auch die Momente, in denen man gegen die Gegner kämpft, halt gar nicht. Also ich finde sie schon toll, einfach weil es halt, es fühlt sich halt an wie Doom und das Spiel liebe ich. Grundsätzlich gut, aber ich finde halt Rage 2 ist da ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig Level-Design, Gegner-Design und Counter-Design ist. Weil in Rage hast du oftmals einen Gegnertyp, gegen den du kämpfst in einem Raum, nämlich halt ein Soldat mit einer Waffe. Und die haben dann manchmal, oder die haben dann doch sehr oft halt unterschiedliche Rüstungsgrade, dass du halt unterschiedlich oft auf sie draufschießen musst. Aber dann hast du einfach oft große Räume, wo einfach Leute reinkommen und dann musst du die halt töten. Okay. Das machst du dann halt 20.000 Mal. Und in der offenen Welt hast du noch nicht mal Design zu große Räume, sondern du hast so offene Strukturen, wo die einfach random platziert sind. Wenn du das halt mit einem Doom vergleichst, wo du in jedem, ich weiß, dass wir da unterschiedlicher Weitungen sind, wenn du das halt mit einem Doom vergleichst, wo du halt in jedem Raum wirklich die Leute sich überlegt haben, wo platzieren wir welchen Gegner, wie können wir diese Kämpfe, die unmittelbar identisch sind, immer das Gleiche, wie können wir hier Abwechslung generieren, indem wir unterschiedliche Gegner unterschiedlich mixen und dann auch noch das Level-Design da relevant werden lassen. Bestimmte Gegner können gut im Level rumspringen zum Beispiel, andere sind sehr langsam und stehen rum. Das alles hat überhaupt gar keine Relevanz in Rage, zumindest von dem, was ich davon gespielt habe, sondern ja, du schießt halt auf die Gegner und dann sind sie tot. Ich würde es halt gar nicht mit Doom vergleichen, würde es mit Rage 1 vergleichen. Ja, kann ich nicht. Weil da ist das Encounter-Design eine der Pluspunkte von diesem Spiel und Rage 1 hat schon viele Fehler, aber es macht eben auch ein paar Sachen richtig gut und Level- und Encounter-Design würde ich dazu zählen. Damals war ja sehr beliebt, wie diese kleinen, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber diese Typen, die so an die Wände hüpfen und teilweise sich irgendwo entlang schwingen, dass die halt sehr dynamisch wirken und das geht Rage 2 ein bisschen verloren. Ja. War sehr schade. Ja. Nun gut. Machen wir weiter mit einem Spiel, das David gespielt hat, nämlich Shakedown Hawaii. Was ist denn Shakedown Hawaii, David? Das kommt von V-Blank. Die haben vorher Retro City Rampage gemacht, falls ihr das noch kennt. Ja, so gefühlt so eine Mischung aus Parodie und GTA wären sie auch gern gewesen. Es war ganz nett. Also ich habe das nie, das war nie so der Titel, wo ich dachte so, ah, das ist es jetzt, das neue GTA, sondern es war nicht mehr als ein bisschen herumfahren, ein bisschen Chaos stiften. So ganz viele Retro-Anspiele in Metal Gear Solid und Co. drin gewesen. Und das war gerade die Beschreibung von Shakedown Hawaii, das im Grunde dasselbe nochmal macht. Ich finde, deutlich schönerer Grafik nochmal. Die Zwischensequenzen sind ja extrem beeindruckend, die ich immer wieder gesehen habe davon. Ja, das sind so handgezeichnete Dinge, die gefallen mir gar nicht so gut. Ich höre immer wieder, was die Leute darüber sagen, aber ich finde gar nicht, dass die Charaktere da so schön gezeichnet aussehen. Den Pixel-Look wiederum finde ich brillant. Also das ist total toll, dieses Hawaii, diese Insel, auf der sie da sind, zu sehen. Also ist das auch wieder Top-Down-Action? Ja, es ist Top-Down, genau, aber sehr viel bunter und sehr viel abgefahrener. Du hast dann Punker, die dann so mit kleinen roten Irokesen da rumlaufen und an der Seite stehen und Bubblegum-Tschuhen und dann siehst du dann, wie das Bläschen platzt und so. Also es ist für mich auch so einer, wir hatten neulich über Katana Zero gesprochen, wie schön die Animationen trotz des Pixel-Looks sind. Die sind nicht ganz so detailliert hier, weil die Charaktere nicht so detailliert sind, aber es gefällt mir trotzdem wahnsinnig gut. Du spielst so einen heruntergekommenen COO einer Firma, der jahrelang am Strand gelegen hat, um sich da zu besaufen und dann feststellt, dass seine Firma langsam für die Hunde gegangen ist. Ja, kenn ich. Und jetzt muss er dafür sorgen, dass das rückgängig gemacht wird. Und du machst im Grunde nichts anderes, als durch diese Stadt zu laufen und zu fahren. Die Fahrphysik wird dein großer Albtraum sein, weil es wirklich so, du drehst auch on the spot, wenn du dich umdrehst, dann passiert da gar nichts. Also es gibt keine Fliehkräfte oder sonstige Kinetik oder Physik. Das ist alles, das fand ich sehr enttäuschend, wie sich das spielte. Ansonsten ballerst du dich durch diese Stadt, dann kommt mal Polizei, dann ballerst du die weg und dann passiert auch nicht viel. Also es gibt in dieser Spielwelt generell nicht viel zu tun, außer den Hauptmissionen zu folgen. Die sind drollig. Also dann kommst du irgendwie, du kommst zu deinen Geschäftsführern der einzelnen Läden, die du so schon hattest. Zum Beispiel hast du einen Getränkehersteller irgendwann, aber die sind pleite gegangen, wie alles Mögliche. Und weil es auch eine Satire ist, also eine Mediensatire, aber vor allen Dingen so Kommerzkritik sein möchte. Zwar sehr plump, aber es funktioniert ganz gut, auch mit dem Writing ist es dann so, er kommt dann rein und sagt, was ist das denn hier? Was ist denn mit der Cola? Er hat aber vorher einen Werbespot im Fernsehen. Sie sitzt ganz häufig vom Fernsehen, zappt so und hat halt gesehen, dass andere viel Geld mit Virtual Reality machen, was er nicht versteht. Also er versteht Videospiele auch nicht. Dann geht er halt zu seinen Leuten, mit denen er so eine Arcadehalle gemacht hat und die sagen, ja, Virtual Reality ist das große Ding. Dann versucht er das, dann fährt er irgendwo hin, verprügelt den Besitzer einer anderen Virtual Reality Firma, klaut die Technik, dann setzen sie das wieder in den Sand. Dann sagt der Typ, ja, Augmented Reality ist jetzt ja nicht so. Und auch das mit der Cola endet dann so, dass er irgendwie im Fernsehen gesehen hat, dass der neue Trick ist, Dinge einen halben Preis günstiger zu machen, um einen halben Preis zu senken, aber die Verpackung auch zu verkleinern. Das ist ja ein riesen Deck. Und deswegen ist sein großer Trick dann, den er an seine Firmeninhaber pitcht, dann lass uns doch einfach die Flaschen genauso groß machen, aber wir verringern irgendwie den innen drin, bauen wir ab der Hälfte irgendwie so eine Sperre ein, dass trotzdem nur die Hälfte drin ist, aber die Flasche genauso groß. Deswegen werden die Leute aus der Hand reißen und sagt dann der Geschäftsführer, ja, aber die sind doch durchsichtig, die Flaschen. Und also der ist total Banane. Also die Geschäftspraktiken, die er macht, sind alle dubious. Und es ist drollig, sich durch diese Mission zu spielen. Aber in dieser Spielwelt gibt es außerhalb dieser Missionen, die sich auch immer darauf beziehen, dass du halt losfährst. Dann musst du mal irgendwo hier die Briefkästen zerdeppern. Oder bist in so einer TV-Show, auch die so ein bisschen an dieses Mutant-Bash-TV aus Rage erinnert, wo du dann gegen jemanden antreten musst. Und damit machst du dann wieder Kohle. Und dann kaufst du wie in so einem Manager-Ding langsam Gebäude auf Hawaii. Also du kannst immer mehr Gebäude und dadurch wird dein Revenue-Stream ... Das soll so ein bisschen Wirtschaftssystem ... Kannst du die aufrüsten, diese Gebäude? Schöner machen? Nee. So und deswegen, es gibt dieses Wirtschaftssystem ist im Grunde keines, weil du kaufst halt einfach mit dem Geld, was du einnimmst, neue Gebäude. Dadurch machst du mehr Geld und kaufst mehr Gebäude. Punkt. Yakuza. Das war's. Also das ist halt wirklich ... Rudimentär. Es ist halt ein Spiel, was nett aussieht, was man mal spielen kann, wenn man auf so einen GTA-Klon gehofft hat. Aber anders als in GTA, selbst in GTA 1 oder 2 hattest du meiner Ansicht nach mehr Möglichkeiten. Es gab mehr Zerstörungsmöglichkeiten. Es hat mehr Wumms gehabt, alles zu zerdeppern als in diesem Spiel. Ich fand's trotzdem nett. Ich find's aber dafür, dass es eigentlich wirklich nicht super luftleer ist. Ich glaub, ich hab 20 Euro gezahlt. Gibt's grad auch wieder für 10 bei Epic Store. Dann kann man aber zugreifen. Ich mochte einfach den Stil und ich finde für so einmal in der Bahn sitzen, drei Missionen machen und mal kurz lachen über die Dialoge, das kann man auf jeden Fall machen. Hast du dann auf der Switch gespielt? Auf der Switch. Das würde ich bei dem GTA-Fergleich auch erwähnen, dass die Story und die Präsentation der Story dafür in dem GTA 1 halt sehr viel zurückgefahrener war. Also ich glaube, der Fokus liegt hier tatsächlich auch auf dem Punkt. Ich hab's selbst halt noch nicht gespielt, aber das klingt eigentlich alles so genau wie das, was ich mir erwartet habe. Ich freu mich da sehr drauf, da mal reinzugucken. Guck das mal, ja. Okay, wir machen weiter mit einem Spiel, bei dem ich weiß, dass Robin es durchgespielt hat und ich weiß nicht, wie weit du bist, David. Nämlich A Plague Tale Innocence, das im letzten Wochen. Ich hab's extra für den, ich wollte's mir aufheben, nach Rage, hab's jetzt für den Podcast angefangen und bereu das so ein bisschen, weil ich hätte das gerne am Stück durchgespielt. Das ist zu lang dafür. Ja, ich hatte jetzt, ich hatte bei Steam irgendwie gelesen, so in acht Stunden bist du durch, aber das ist nicht korrekt. Also eher doppelte. Ja, so. Und vielleicht hab ich mich auch zu blöde angestellt, aber ich hab auch jeden Moment irgendwie aufgesaugt und hab auch ein bisschen länger gebraucht, hab auch ein bisschen auf Achievements gespielt. Wenn da jetzt nicht mehr viel passiert, dann ist es für mich auf dem besten Weg das beste Spiel des Jahres oder eins der besten Spiele des Jahres zu werden. Die ersten drei Kapitel sind so das Beste, was ich seit Jahren gesehen hab als Einstieg, wie ich finde. Es hat mich total fasziniert, wie sie, ohne das mit den Ratten, das kennt man ja schon den Twist, und das passiert aber erst in der dritten Mission. Und schon in den ersten beiden sind ganz brillant inszeniert, großartige Atmosphäre. Ich bin jetzt in der siebten Mission und merke, dass das Pacing deutlich nach unten geht, weil du mehr unterwegs bist und weniger so Story-Situationen passieren und die Atmosphäre, die am Anfang aufgebaut wird, die kennst du dann irgendwann. Aber bis dahin find ich das unfassbar gut. Vielleicht noch mal kurz für die, die es nicht wissen, was ist ein Third-Person-Action-Adventure? Es ist eine Mischung aus Narrative-Game, Stealth-Game und Puzzle-Spiel. So ein Narrative-Stealth-Puzzle-Spiel. Du hast halt einerseits einen großen Fokus eben auf die Erzählung, wo du des Öfteren auch einfach längeren Zwischensequenzen zuguckst oder durch Umgebungen langsam läufst und auch nur langsam laufen kannst und die erkundest und mit Leuten redest. Das gibt's immer mal wieder. Du hast dann aber einen ganz zentralen Teil des Spiels, wo du mit Stealth beschäftigt bist, also dich duckend vor Wachen der Inquisition wegduckst. Genau, kannst du das Setting noch mal beschreiben? Du bist, es ist 13. Jahrhundert, nee, 14. Jahrhundert ist es, glaube ich, zu Zeiten, wo die Pest umgeht. Hier wird sie der Biss genannt. Es ist halt ein bisschen eine Fantasy-Version der Pest, wo die quasi symbolisiert wird durch diese Rattenschwärme. Du hast, du betriffst immer wieder auf Millionen von Ratten, die in der Spielwelt herumschwirren und musst denen halt ausweichen und entkommen oder sie irgendwie nutzen, um halt Gegner zu überlisten und umzubringen. Denn diese Ratten können nicht zu Licht, also können nicht mit Licht in Kontakt kommen. Deswegen sind das dann immer die sicheren Haken. Haben Angst vor Licht. Ich weiß nicht, warum ich so eine Schwierigkeit mit dieser Formulierung hatte. Die haben Angst vor Licht, das ist korrekt. Und deswegen hast du dann sehr, sehr schnell sehr viele Situationen, wo halt beides kombiniert wird. Wo du halt einerseits die Inquisition hast, die irgendwie durchschlägt, andererseits ist alles voller Ratten. Und dann musst du das aufgeschickte Art und Weise irgendwie kombinieren. Und was ich sehr mochte an dem Spiel, ich bin sehr begeistert tatsächlich auch. Ich glaube sogar, das wird zum Ende hin sogar wieder noch mal besser als der Anfang. Ich hatte auch so ein bisschen, es geht dann wieder so drunter, was ich auch gar nicht so schlimm fände. Es lässt sich so ein bisschen so eine Atempause, aber dann geht's auch wieder ordentlich zur Sache. Was ich sehr, sehr gerne mag an diesem Spiel ist, dass es dir in seiner extremen Linearität dann doch überraschend viel Möglichkeiten lässt. Und das wird mit zunehmender Spielzeit immer mehr. Also bis zum letzten Kapitel, bis zur letzten Mission, inklusive der letzten Mission, bekommst du neue Fähigkeiten und neue Möglichkeiten, mit der Spielwelt zu interagieren und mit diesen Bedrohungen klarzukommen. Und so verändert sich tatsächlich, ich werde nicht genauer aufgehen, wie sich das verändert, aber es verändert sich tatsächlich ein bisschen, wie du mit der Spielwelt interagierst. Und das mochte ich wirklich sehr. Es ist ein brillantes Beispiel dafür, wie du mit ganz wenigen grundsätzlichen Spielmechaniken, du kannst dich halt ducken und du kannst mit einer Schleuder schießen, das ist alles, was du machst, wie du da 15 Stunden lang trotzdem dauerhaft abwechslungsreiche Szenarien mit machst, die es allein durch Konsexualisierung ist. Es ist wirklich brillant. Ich hatte ganz viele Reviews gelesen, die die unterschiedlichsten Dinge sagten. Aber was ich gar nicht verstanden habe, dass Leute sagten, das ist ihnen zu bland von der Spielmechanik her. Also das sei nur weniger Spiel als Walking Simulator, was ich total abstrus finde. Es gibt Leute, die das mit Walking Dead vergleichen. Und ich hatte jetzt sogar in mehreren Reviews auch von Hellblade vergleichen gelesen. Und da muss ich sagen, kann ich gar nicht mitgehen, denn dafür ist es spielerisch deutlich tiefgründiger als eine Hellblade. Ich kann verstehen, dass man sagt, okay, man macht ja am Anfang nicht viel mehr als die gleichen Sachen. Man hat einen Stock, den tut man dann an mit Feuer anzünden und läuft damit durch die Ratten. Oder du hast einen Soldaten, der hat dann entweder keinen Helm. Das heißt, du kannst ihn mit der Schleuder weghauen. Oder er hat so eine Lampe an. Dann kannst du die Lampe ausmachen und die Ratten fressen ihn dann. Das sind am Anfang immer die gleichen Mechaniken. Aber ich fand es ganz, ganz toll, dass in dieser Spielebranche, die wir jetzt gerade haben, die entweder in die Einrichtung geht, wo du wie in einem Rage viel zu viel drin hast, wo du immer wieder denkst, so, oh, es macht doch viel mehr Sinn, jetzt mir einen Schlauch zu geben und dafür, dass ich mit den geilen Fähigkeiten herum experimentieren kann, als diese offene Spielwelt mit den zig Aufgaben, die ich gar nicht machen möchte. Und hier hast du ein Spiel, was sich konzentriert auf die Verbindung von Schwester und Bruder, auf die ganz klar, sie haben diese drei, vier Fähigkeiten, die werden, wie du sagst, am Ende noch ausgebaut. Aber das ist die Spielmechanik. Also es werden wirklich viel mehr Fähigkeiten. Ja, aber das ist die Spielmechanik, diese Schleichmechanik und ein bisschen mit diesen Ratten. Und das mit den Ratten ist eine frische Idee. Es macht mir richtig Spaß, wie sie damit auch mit, es ist kein Horrorspiel, aber es macht Atmosphäre. Es krabbelt einem so ein bisschen den Rücken hoch und das Sounddesign ist brillant. Ich finde die Sprecher, im Englischen vor allen Dingen, finde ich fantastisch. Die Musik von Oliver Derivere, der hat letztes Jahr auch Vampire gemacht oder auch Remember Me oder dieses Memories Retrold. Ich liebe Oliver Derivere, und der macht das wieder richtig toll. War was sehr anderes, als man sonst. Ja, und es ist grafisch auch toll. Ich mag, wie die Figuren sich verhalten, wie sie geschrieben sind. Gerade wenn ich jetzt, Game of Thrones, das andere mit Mittelalter, was man gerade gucken kann und wie sich Figuren da zum Teil verhalten, fand ich einfach schön. Und der Vergleich drängt sich irgendwie auf, weil die Ästhetik eine sehr ähnliche ist. Ja, genau. Du hast halt dieses realistische Mittelalter, in Anführungszeichen, aber mit einem Fantasy-Faktor, der ist aber nicht ins High-Fantasy. Und es gab mehrere Situationen, wo dieser Vergleich kam. Es war einfach so, dass ich Situationen hatte, wo ich dachte, das mag ich, wie die Figur sich gerade verhält. So reagiert sie. Das ist die Nachwirkung, die eine Situation vorher hatte. Und das sind so Sachen, die mir in Game of Thrones gerade voll abgegangen sind, ohne jetzt in diese Richtung gehen zu wollen. Aber das war einfach tolles, ist tolles Writing auch in diesem Spiel. Deswegen habe ich, ich verstehe, wie gesagt, dass man sagen kann, das ist mir zu wenig Spiel. Aber wenn das bedeutet, dass du noch eine Deckungsmechanik brauchst und dass du dann noch ein Level-Up-System brauchst, das ist alles Unfug. Zu wenig Spiel klingt für mich nach, ich kann nicht mit einer MG auf Leute ballern. Weil das Ding ist nicht ein weniger Spiel als Uncharted, ganz im Gegenteil. Du hast hier deutlich komplexere Rätsel, die halt mehr an altes Tomb Raider erinnern, als an Uncharted. Also ich finde, da muss man wirklich sich selbst klar machen, es ist halt kein Shooter, ja. Aber es gibt zum Glück ja noch mehr Möglichkeiten der Interaktivität. Ja, ja. Ich würde auch beim Writing so als eines der, das ist kein konkretes Beispiel, aber was mir so aufgefallen ist, du hast halt so Sachen wie, du hast halt eine alte Schwester mit ihrem jungen Bruder. Eine ältere Schwester mit ihrem jüngeren Bruder, die durch die Gegend läuft. Und da hast du halt so Sachen, die du dir schon vorher denken kannst. Ah, hier wird irgendwann bestimmt Streitereien geben zwischen den beiden. Und ganz klassischerweise kannst du dir dann so vorstellen, wie dann der irgendwas sagt und dann sagt sie irgendwas Böses zu ihm und dann hassen sie sich irgendwie. Und er ist bockig, weil er halt so ein kleiner Junge ist. Ja, ja, genau. Was dieses Spiel aber nie macht, ist diesen einen Schritt zu viel. Ja. Und es wirkt immer realistisch. Also wenn die sich mal dann anbocken und kurz auch so, sie sagt irgendwas Doofes und er ist dann, oh, du Arsch, sagt er so, nee, aber rennt dann irgendwie weg oder so, dann ist es nicht so, dass das so für die nächsten zwei Stunden so ist, als ob sie sich irgendwie gegenseitig verprügelt hätten, sondern diese Liebe zwischen den beiden ist dann trotzdem noch da und dann reden die halt darüber oder reden nicht darüber. Und das ist dann halt akzeptiert. Ich finde gar nicht, und das macht das Spiel auch sehr clever, es gibt ja gar keine Liebe. Also ganz am Anfang wird ja quasi geset-upped, dass die beiden sich gar nicht wirklich kannten, weil er ganz lange krank war und die Schwester mit ihm nicht viel zu tun hatte. Dadurch lernen die sich auf dieser Reise lieben. Und das finde ich ganz toll gemacht. Es gibt eine Situation, die kommt so im vierten Level, da erfährt die Schwester etwas, weshalb sie den Jungen dann wegstößt. Sie ist aufgeregt, aufgebracht und als der Junge ihre Hand nehmen will, was er die ganze Zeit macht, sagt sie, nein, geh weg. Und daraufhin wollen sie dann weiter und sie will die Hand des Jungen wieder nehmen, so wie das bei Eltern ja ganz häufig ist, die im Stress ihre Kinder anschreien. Und dann sagt er, nee, möchte ich jetzt nicht. Genau. Und die nächste Situation, also es geht eine ganze Weile so, und die nächste Situation, in der sie wieder zusammenkommen, ist, weil der Junge Angst hat. Es wird wieder eine Schreckenssituation aufgemacht und er muss ihre Hand nehmen. Und das ist so ein ganz natürliches Zusammenschweißen. Es gibt keinen großen Gespräch darüber. Nee, eben. Ja, tut mir so leid. In Game of Thrones würden Tyrion und Gamy sich zusammensetzen und darüber reden, aber hier passiert was ganz natürliches. Und das finde ich ganz großartig. Da sitzen, ach, ich liebe dieses Spiel. Also wirklich, ich finde das total toll. Ich fühle mich so verbunden mit dir, weil wir wieder ein Spiel gemeinsam mögen. Ja, ja. Das passiert immer öfter in den letzten Jahren. Wir kommen uns näher, lieber David. Lass das, nee, das wollen wir nicht einreißen lassen. Ebenen. Ich habe, ich will, was ich auch mal konkret empfehlen möchte, ist mit dem französischen Originalton, habe ich mal ausprobiert. Der ist ebenfalls hervorragend, macht sehr viel Freude da. Sind das Franzosen? Das sind französische Entwickler, französische Publisher, alles komplett französisch. Du hast tatsächlich auch zum Beispiel, der Writer ist halt jemand, der an der ersten Episode von Life is Strange mitgearbeitet hat, was so dann irgendwie Sinn ergibt tatsächlich. Es gibt, wenn ich mal auf Kritikpunkte gehen möchte, gibt es nur wenig, was ich habe. Ein Kritikpunkt ist, dass es so in zwei, drei Situationen zu silly wird, wo es sich dann nicht ganz traut, die etwas zurückgefahrene in Teilen Spielmechanik auszunutzen, sondern zu sagen, das habe ich auch im Film als Beispiel genannt, ganz am Anfang, jetzt hast du hier einen Bossfight. Und dieser erste Bossfight in dem zweiten Kapitel, wo du gegen einen Bürger in Ritterrüstung kämpfst und dann wie in einem Dark Souls dodgen musst, wenn er angreift, sodass seine Waffe in dem Boden stecken bleibt und du dann mit deiner Schleuder hinter ihn muss und so Halterungen der Rüstung wegschießen musst. Das wirkt extrem dumm. Das passte für mich so gar nicht in diese dann doch sehr echt wirkende Spielwelt. Und das gibt es im Spiel vielleicht zweimal, vielleicht dreimal, vielleicht viermal. Ich kann es auf jeden Fall an einer Hand abzählen. Das ist dann ein bisschen schade, aber das ist Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich glaube, es wird auch ein paar Leute, also ich bin gespannt, was ihr beide dann zu dem Ende sagt oder was so zum Ende hin passiert. Da wird es auch ein paar Diskussionen, glaube ich, geben. Aber mir hat das wirklich durchgehend hervorragend gefallen. Es ist grafisch unglaublich beeindruckend. Das ist ein Spiel, ich habe nochmal nachgeguckt, wirklich, es wurde tatsächlich von 45 Leuten in zweieinhalb Jahren mit einer eigenen Engine entwickelt. Und dass das von 45 Leuten entwickelt wird, ist unglaublich endlos beeindruckend. Das sieht, also das halt bei den Animationen und bei den Charakteren siehst du halt, dass das Budget da nicht so ist. Aber in den Umgebungen sieht es aus wie ein AAA-Spiel. Unglaublich beeindruckend. Und da haut es auch bis zum Ende hin immer neue Sachen raus, immer neue Sachen. Es geht immer vorwärts. Du kommst auch zu alten Gegenden, aber die sind dann anders. Also es ist wirklich, wirklich toll. Ich würde David in allem zustimmen. Ist für mich bisher auch die größte Überraschung des Jahres und wahrscheinlich bisher mein Lieblingsspiel des Jahres. Ich kenne ja nur den kurzen Querschnitt, den wir im Stream gespielt haben. Du hast es ja jetzt durch, deswegen kann ich jetzt dann mal loslegen. Aber das bisschen, was ich gesehen habe, fand ich halt auch schon sehr beeindruckend, wie es einfach eine Atmosphäre darstellt, wie es so ein Mix ist aus sehr methodischem Vorgehen, aus dem Zusammenschweißen der Charaktere, die da zusammen durch müssen, durch diese Rattenschwärme. Und auch automatisch so die Art und Weise, wie halt dargestellt wird, was das für eine Welt ist. Dass du halt, wenn ein Soldat kommt, dessen Lampe eben wegschießen musst und dann wird er halt wirklich überrannt von diesen Ratten und so nach und nach weggemümmelt. Das ist so dark. Eine Sache, die du auch sehr schön lernst. Und der Charakter reagiert darauf. Genau, du lernst die Sache. Vorher wird dir eine Spielmechanik gezeigt und die adaptierst du auf eine andere Situation. Es passiert immer wieder, dass so solche Sachen, also in Red Dead Redemption, würde dann irgendwie noch ein Tutorial aufploppen oder so. Und das passiert hier nicht. Ich finde es deutlich besser. Klar gibt es auch Tutorials, aber wie du Fähigkeiten dann nutzt, um mit der Spielwelt zu interagieren, finde ich, wird nicht so aufdringlich dir aufgezogen. Eine Sache noch, weil die im Stream zum Gespräch kam. Wir sind auf das Crafting-System zu sprechen gekommen, weil du die unterschiedliche Munition oftmals halt oder eigentlich immer craften musst, die du für deine Schleuder benutzt. Und wir haben uns gefragt, warum das der Fall ist. Das ist wirklich irgendwie komisch, weil oftmals muss man die ja benutzen. Ja, und was ist, wenn man nichts mehr hat? Ja, genau. Also sie platzieren halt immer, wenn du was dringend brauchst, platzieren sie immer die nötigen Rezepte direkt dort. Was es aber vor allen Dingen erlaubt, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so wusste, ist, dass es dir verschiedene Alternativen halt gibt. Und dass du oftmals genau überlegen kannst, okay, wie kann ich jetzt mit möglichst wenig Ressourcen einfach durch die Nutzung der Umgebung, durch cleverer Nutzung der Umgebung, durch dieses Level durchkommen. Aber du hast als Alternative auch so Skills oder Munition, die es viel einfacher machen würden durchzukommen, die aber wertvolle Ressourcen verbrauchen, die du ansonsten auch zum Upgrade deiner Statuswerte benutzen oder deiner Inventargröße oder deiner Schleuder nutzen könntest. Und das fände ich wahnsinnig clever, dass da tatsächlich das Spiel dir einfach verschiedene Möglichkeiten gibt, durch dieses Level durchzukommen, dir es quasi einfacher zu machen, auf Kosten deiner Ressourcen. Es gab im Stream auch so einen Moment, wo wir Ratten zu einer Stelle locken mussten, die dann einen Soldaten weggegessen haben. Und da hatte doch, glaube ich, auch jemand geschrieben, man hätte da auch was anderes anziehen können, um den zu retten. Ja, man hätte eine Lampe anmachen können, den retten können. Und das gibt es auch des öfteren Mal, dass man unterschiedlich mit den Charakteren zu gehen kann. Schön. Freut mich sehr. Also ich fand, das Spiel sah schon vorher sehr interessant aus, aber es war halt immer so das Risiko da, ob das alles so zusammenkommt von einem Team, das man jetzt nicht so richtig kennt, weil man immer so ein bisschen dann die Angst hat, dass die sich verheben. Und dass dem nicht der Fall ist, ist mal sehr, sehr schön zu sehen. Und ihr seid ja beide sehr begeistert davon und ihr steht da ja auch nicht alleine da. Ich bin auch schon sehr gespannt, das durchzuspielen, weil ich das Szenario super interessant finde. Hat man einfach nicht so oft in der Form, vor allem, dass es dann nicht so ist, dass du irgendwann, hier ist es dein Schild und Schwert und jetzt mach sie alle platt. Genau. Sondern, nee, du bist halt da ein junges Mädchen mit ihrem kleinen Bruder und das ist eben eine taffe Zeit, die die beiden da durchmachen müssen. Hat dir denn, du hast gesagt, beim Ende werden Leute diskutieren. Hat es dir denn gefallen? Mir hat es super gefallen. Okay. Also nicht perfekt. Das wird ab und zu ein bisschen zu silly für mich, ein bisschen zu übertrieben. Aber dann gibt es halt Teilaspekte vom Ende, die ich nicht so gerne mag. Aber insgesamt als Gesamterfahrung inklusive des Endes fand ich es hervorragend. Sehr schön. Wir haben noch ein Spiel auf der Liste und zwar ein Spiel namens Dark Devotion, das so ein 2D-Titel ist, der so ein bisschen Richtung Dark Souls geht. Den hat David gespielt. Wie findest du denn Dark Devotion? Dark Devotion ist tatsächlich, also das sieht in den Trailern aus, als wäre es so was wie Salt and Sanctuary. Das kennt ihr bestimmt noch. Das ist auch so ein 2D-Dark Souls. Ich fand jetzt, dass es sich eher wie ein langsames Dead Cells spielt. Also, ja, auch von ein paar Mechaniken. Also es ist so dieses typische Ding, du bist alleine unterwegs in so einer Welt, die ein sehr gotisches Design hat. Das Design ist tatsächlich sehr schick. Also wenn man sich einen Trailer anguckt, glaube ich, gibt es ganz schnell Leute, die sagen, oh ja, das möchte ich mal probieren. Es macht aber so ein paar Sachen, die ich ganz interessant fand und deswegen mal drüber sprechen wollte. Ich habe es auch noch nicht durchgespielt. Es ist ein recht, da hast du eine Weile dran zu sitzen und es ist auch recht schwer. Unter anderem, weil du hier alle Items verlierst, wenn du stirbst. Und ich hatte bei Steam ganz am Broke-Light? Ist das so? Ja, so ein bisschen. Also ich hatte online so gelesen, wo Leute sagten, was ist das denn? Das kann doch nicht sein. Ich laufe da durch und dann verliere ich meinen Spielvorschritt. Weil sie aber, glaube ich, einfach denken oder nicht verstehen können, dass nicht jedes Souls-like auch ein Souls-like sein muss und sich dann halt auch genau so spielt. Hier ist es nicht so, dass du Attribute oder so verlierst, sondern dann sind halt die Waffen weg. Aber es ist ein bisschen so wie in Dead Cells, wo du, habt ihr es beide schon gespielt? Ja. Ich sag die Wurschen nicht. Dead Cells. Dead Cells. Dead Cells, ja. Da ist es ja so, dass du, wenn du neue Waffen freischaltest, dass die dann irgendwann zu deinem Pool dazukommen, aus dem du dann am Anfang wählst. Und die bekommst du hier nur, also du kannst auf einem Run Waffen finden, die verlierst du aber. Oder nicht alle, aber die meisten davon verlierst du. Die Bosswaffen, und das sind die tatsächlich, die sehr mächtigen, die wandern direkt in deinen Pool. Und dadurch wird das Spiel dann sehr anders, oftmals deutlich einfacher. Und du hast eine deutlich größere Bandbreite an Dingen, die du machen kannst. Und was ich sehr clever finde, ist, dass sie dadurch so ein Need erschaffen, wo du die Bosse angehen musst. Es ist ja ganz häufig so, dass man in diesen anderen Spielen sich immer so ein bisschen um, so mache ich es immer. Dass ich immer denke, ah, ich mache mal den Raum noch. Und eigentlich will ich lieber um den Boss herumgehen und gucke mal, ob ich vielleicht später zu dem komme. Aber hier gibt es kein später, weil du wirst sonst nicht stärker. Du kannst zwar aufleveln, aber die Waffen sind die, die den Unterschied machen, größtenteils. Und das finde ich ganz gut. Das macht Spaß, weil diese Waffen auch tatsächlich richtig toll werden und sehr episch aussehen. Es ist wirklich so, du kämpfst gegen so einen riesigen Ritter mit einem Megaschwert und das fällt dann hin. Also er wird zu Staub und dieses Schwert fällt zu Boden. Du nimmst es dann auf und rennst dann selber mit diesem Schwert rum. Das ist eine schöne Sache. Ein anderes System, was ich auch gar nicht schlecht finde, ist, du hast zwei Lebenspunkte und zwei Armourpunkte von Anfang an. Und wenn du einen Schlag abbekommst, geht erstmal ein Armourpunkt weg, dann noch ein Armourpunkt, dann Lebenspunkt und dann bist du tot. Aber jeder Schlag macht halt immer einen Punkt. Das heißt, wenn am Ende sich ein Bossgegner verprügelt und der trifft dich, dann ist ein Punkt weg. Dadurch ist es nie so wie in den anderen, in den Souls-Likes, wo du dann antizipieren musst, macht der jetzt 400 Schaden und ich hab dann noch zehn Leben. Also die können dich jetzt nicht one-hitten? Nee, die können dich nicht one-hitten, sondern sie müssen sich erst da durchboxen und du kannst es dann später auch. Das Spiel hat ein großes Blessing-System, also du kannst mit Auren arbeiten, die auch viel ausmachen. Und dadurch ist es sehr anders, sehr vielseitig. Es ist aber auch sehr langsam. Also du bewegst dich langsamer, du schlägst langsamer. Außer in den Bosskämpfen sind auch alle Kämpfe sehr langsam. Also generell kann man dieses Spiel als eben Dead Cells in sehr langsam beschreiben, weswegen ich verstehen kann, dass es hat bei Steam zum Beispiel auch sehr viele negative Stimmen. Mir hat das aber Spaß gemacht, weil ich, ich muss sagen, es hat seine Fehler, aber also es ist zu lang und das Pacing ist nicht wirklich so doll und das Design ist dann halt auch häufig so, dass du, die Umgebung ist dann sehr repetitiv zum Teil. Habe ich das vielleicht verpasst, ob das zufallsgeneriert ist? Hast du das schon gesagt? Nee, es ist glaube ich nicht. Zufallsgeneriert ist es nicht. Okay, okay. Das ist immer der zentrale Teil. Also wenn du jetzt bei einem Boss stirbst, musst du trotzdem nochmal das Level bis dahin spielen. Gibt es da große Checkpoints dazwischen? Ja. Okay. Also an sich ist das sehr fair, wie ich finde. Also es ist ein Spiel, wo du, wo ich auch dachte, am Anfang, zum Beispiel die ersten Bosse habe ich zum Beispiel First Try gelegt, aber es kann dich auch ganz schön quälen, das Spiel. Also es wirkt am Anfang einfacher, dann wird es plötzlich dann so, wo du merkst, ah, Wand und dann mit den ersten Bosswaffen kommst du dann sehr viel weiter. Also ich mochte das, es ist, ich habe so ein bisschen langsam die Nase voll von 2D-Souls-like-Titeln. Hast du nicht in einem der letzten Podcasts auch so ein 2D-Ding erwähnt? Ich habe den Namen vergessen. Oh Gott. Aber das war auf jeden Fall nicht so gut. Der Scammit? Oder war das Leo? Das kann doch sein. Ja, Der Scammit ist ja nun auch schon aus dem letzten Jahr, aber. Achso, das war jetzt schon lange her. Es gibt so viele davon. Dieses Jahr, ich hatte in meiner Indie-Vorschau, glaube ich, 10 Stück davon. Also deswegen, da kommt noch eine ganze Menge auf uns zu. Deswegen ist es aber schön an diesem Titel, dass er ein bisschen was anderes probiert. Hast du in dem Genre schon mal Hollow Knight gespielt? Hollow Knight? Hollow Knight. Was war, was ist das nochmal? Das ist das Käfer-Spiel. Das wollte eigentlich ein Witz sein. Das, was so alle gefeiert haben als Spiel des Jahres, Hollow Knight. Ich habe gerade überlegt, weil Hollow Knight, ja klar, aber ich dachte so viel... Ich wollte das machen, weil Tom ist ein Hater. Welches andere Hollow? Tom verachtet das Spiel, hat er mir mal erzählt, privat. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist wie bei Dark Souls damals. Demnächst spielt er es wieder heimlich und dann liebt er es wieder. Oh, Dark Souls ist voll gut, Freund. Wie bei Red Dead Redemption. Das ist mega unangenehm mit Tom. Der hatet immer, wenn was rauskommt, um cool zu sein und dann kommt immerhin zurück. Nee, ich finde das doch gut. Das kenne ich, ja. Und dann in den Videos, die schneidet er immer so, dass du selber blöde dastehst. Ja, ja, sogar meine Videos teilweise. Schnitt mal den Podcast hier ab, wenn der rauskommt. Manchmal schneide ich Videos veröffentlicht. Eine schöne Kühe, eine schöne Kühe. Lade die bei uns auf YouTube hoch und bevor ich sie dann veröffentlicht habe, Tom, die ersetzt heimlich und dann sitze ich ja plötzlich doof da. Manchmal sage ich doofe Dinge bei Hooked. Das ist nie echt. Nie ist ein schönes Spiel. Das Problem ist, dass Robin dann nebenbei noch sowas wie die Ratsherren macht. Da kann ich nicht die Sachen wegschneiden. Doch, das ist der Watzschuld. Das ist der Watzschuld. Sonst sage ich auch nur kluge Dinge sonst. Okay, wir sind damit tatsächlich so ziemlich am Ende des Podcasts angekommen oder habt ihr beide noch etwas? Also ich kann mal kurz erwähnen, ich wollte jetzt nicht das große Thema auffüllen, aber ich habe jetzt die letzten Wochen die dritte Staffel von Black Mirror mal nachgeholt. Ist ein bisschen durchwachsen, aber ich möchte bitte allen empfehlen, sich die Folge San Junipero, heißt sie oder so ähnlich, anzugucken, weil die Folgen haben ja nichts miteinander zu tun. Black Mirror sind einfach Kurzgeschichten, Kurzfilme. Welche waren das nochmal? Lange Filme. Da sind, um die Prämisse zu erklären, zwei relativ junge Frauen treffen sich in einem Club und lernen sich dann kennen und irgendwie können die sich aber nur einmal die Woche am Wochenende dort treffen und ansonsten sehen die sich nie und du weißt nicht so ganz warum. Und das ist eine sehr unübliche Black Mirror Folge, die mir ein paar Tränen in die Augen gezaubert hat. Fand ich sehr, 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 sehr schön. Okay. Ja, da kam jetzt gerade der Trailer für die neue Staffel. Das war tatsächlich ein Zufall. Also ich habe ein paar Tage vorher angefangen, die dritte Staffel mal nachzuholen. Timing. Ja, sehr schön. Okay, damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank, David, dass du dabei warst. Ihr könnt David besuchen auf seinem YouTube-Channel Behind. Oder zu Hause. Kommt einfach zu Hause. Ihr könnt David besuchen zu Hause. Also passt auf, folgende Adresse. Alexander Platz 2. Direkt in dem Fall, wenn Siegesmut war. Alexander Platz 1. Oder bei den Lester-Schwestern auf allen gängigen Podcast-Portalen. Uns könnt ihr unterstützen auf patreon.com oder steadyhq.de. Und wenn ihr das mit 5 Dollar oder Euro pro Monat tut, erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Jetzt am Wochenende gab es zum Beispiel eine neue Folge Hooked on Topic, wo Robin und ich über einen Random Generator uns haben Pokémon ausschmeißen lassen und die haben wir dann reviewed. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das könnt ihr euch da anhören. Ansonsten gibt es zum Beispiel auch noch einen Patreon und Steady-Tier ab 25 Dollar bzw. Euro. Da werdet ihr nämlich zu Podcast-Produzenten. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Hassan Zahn, Michael Noritz-Wolf, Andi Radi, Jan Lippert, Christopher Dietrich, Geribor Grüßt Alle, Don Stylo, Michael... Der wird jetzt auch noch Hallo spielen, der dich begrüßt. Hallo. Danke. Christian Hühndorf, Julia Marinitsch und Simon Dupicay. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Das wäre ein guter Zwist gewesen, wenn am Ende Pikachu sich als Dito offenbart hätte, den ganzen Film über... Die ganze Zeit. Das habe ich schon wieder vergessen. Das sind so Menschen mit den ganz komischen Horror-Augen. Das habe ich wieder vergessen. Mann mit den Horror-Augen, Dito, Mann. Mann David. David. Demnächst laden wir David eins zu einer Spezialfolge. Wir gucken die erste Staffel Pokémon. Nee, nächstes Mal kann er mir die Pokémon-Review. Gott sei Dank. Ja, genau. Oder, nee, an dem Wochenende kann ich nicht. Ach, Mensch. Schade. Da muss ich mir gerade die Haare waschen. Ja, dann halt ein anderes Mal. Okay, das soll es gewesen sein für diese Folge von Hooked FM. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Was ist denn das für eine Musik, die hier läuft? Möge Vielen Dank.